Sind ihr wirklich immer Leute beim Agentum-Turnier, dass ich das noch miterleben darf? Junge, Träne wegwisch, wunderbare Sache. Leute, ich bin mega müde heute. Ich schlafe so beschissen in letzter Zeit. Alter, es ist echt überhaupt nicht feierlich. Aber Stream ist drin, oder? Streamen, looten, leveln, labern, alles läuft trotzdem. Kann man auch im Schlaf so ein bisschen schlafwandeln, schlaftalken. Gar kein Problem. Ja, der Meister, zwei Monate. Ich danke dir und grüße euch. Schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Ich hoffe, ich hoffe, ihr schlaft besser und seid besser am Start und vitaler und fitter. Ach, nee, das ist alles nicht schön. Darum müssen wir lernen, unsere realen Probleme hinter virtuellen Pflichten zu verstecken. Und darum sind wir heute auch wieder beim Agentum-Turnier. Hohoho, hallöchen, hallöchen. Wie verteile ich Amazon Prime Support? Wenn du dein Amazon-Konto mit Twitch verknüpft hast, dann müsstest du oben ganz normal auf dem Abonnier-Button eben Twitch Prime auswählen können. Und dann kannst du damit quasi kostenlos abonnieren. Letoxbox, 25 Monate. Dankeschön. Zack, das sind die 25 Monate komplett. Hoffe, ist alles schick bei dir. Ich kann nicht klagen. Mach weiter so. Bis ein ganz genauer. Das ist immer schön. Wenn man weiß, das ist was ganz Genaues. Ich danke dir. Ja, soweit alles okay. Ähm, Pollen halt. Aber da will ich euch nicht schon wieder in den Ohren hängen mit dem Kack. Das Call, hallöchen, Müdigkeit. Kenne ich aktuell auch nur zu gut. Irgendwas hat meinen Schlafrhythmus gekillt. Vielleicht die mittlerweile 8 Wochen Zwangsurlaub möglicherweise. Na, das ist eine ungewöhnliche Situation. Eine unschöne Situation. Und die schlägt auch durchaus mal auf die Nerven. Gut, bei mir weniger. Aber bei manchen, die dann öfter draußen mit Freunden unter Leuten und so, der ist natürlich ein Stück weit belastender jetzt. Ja, durchaus. Hab nicht 5 Stunden lang HFZ gefarmt oder so. Gibt ja auch viele schöne Waffen, ja. Also Sachen allgemein, aber Waffenschilde und so. Junge. Welcher Rate hat dir eigentlich in BFA am besten gefallen? Ich fand diejenigen, die quasi danach kamen, immer besser als die davor tatsächlich. Und hoffe, dass das auch so bleibt. Weil es immer irgendeine neue Mechanik gab. Irgendeine interessante, weiß wie nicht, Lore-Quiz-Reihe. Irgendeinen Story-Verlauf oder so. Und darum ist es bei mir eigentlich immer so, dass ich das, was als nächstes kommt, lieber mag, als das, was davor da war. Und hoffe auch, dass das noch sehr lange so bleiben wird. Was machen wir heute? Ich denke mal auf entspannte Runde Antorus. Und dann würde ich sagen eine Runde Fuhl. Und eine Runde Königsruhe. Was los? Heute splitten wir das mal ein bisschen. Einfach, damit wir mal so einen kleinen Startschuss in diese Richtung setzen und uns wenigstens mal angucken, wie das laufen kann. Oder auch nicht. Je nachdem, welche Chaotentruppenteile mitkommen, kann das ja auch so aussehen, dass wieder der halbe Dungeon gepullt wird und ich dann instinktiv gar keinen Bock mehr habe. Aber das werden wir rausfinden. Was ist denn hier heute los? Ich bin auch nicht DC'd. Hä? Warum ist denn hier kein Turnier? Prüfung des Champions. 0 von 3. Alle verfügbar. Was ist denn hier los? Hallo? Keiner Bock? Ich gehe nochmal raus. Ich komme nochmal rein. Ich komme nochmal rein. Mal gucken, wie es da aussieht. Logge um. Ja, ganz am Ende. Ganz, ganz am Ende. Hier steht auch schon einer mit seinem Naru-Pad. Hä? Ich mache nochmal Reset eben. Was ist da denn los? Ja mal, Prüfung wird zurückgesetzt. Aber nicht nett, sowas. Gottes Willen. Alimentana. Hallöchen. Endlich mit dem Twink in der Gilde. Jetzt wird der Main getranst und hoffentlich vor Shadowlands mit ihm auch in der Gilde. Ah, jetzt sind sie da. Sehr schön. Ja, ich gehe stark davon aus, dass der Member-Flow, der momentan nach wie vor nicht zu bändigen ist, dass der jetzt Richtung wirklich Sommerflaute, ja, nochmal ein bisschen abnimmt und sich das dann relativ einpegelt wieder, sodass wir nicht jeden Monat irgendwie 100 Scharen von neuen Leuten in die Gilde eben massen in Weiten, ja, und Leute kicken müssen, die gerade mal 14 Tage offline sind, sondern dass sich das auch wieder ein bisschen relativiert. Nehme ich jetzt an, ich wurde ja auch so schon überrascht, habe ja auch den Anstrom mit 8.3 und Vulpera und Co. völlig unterschätzt, sowohl das Ausmaß als auch die Dauer generell. Von daher will ich mal keine weiteren wilden Prognosen abgeben. Aber an sich gehe ich stark davon aus, dass die Wartezeiten, um in die Gilde zu kommen, sich auch mit dem weiteren BFA-Flautenverlauf, dass sich das so ein bisschen normalisiert, ne, zurück zum Anfang. Vielleicht nicht ganz zurück zum Anfang, dass man mich random anflüstern kann und dann kriegt man garantiert einen Platz, weil so wenig los ist, aber zumindest so ein bisschen relativieren. Neh, das wäre ja auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Philux, Hallöchen, Snooper auch da und Ben, mein Lieber, ich grüße dich 31 Monate. Ist das geisteskrank oder was? Ich hoffe, alles gut bei dir in diesen crazy times, in diesen verrückten Zeiten. Ich danke dir für deine Unterstützung, mein Lieber. Und, äh, denn zu, was ist SH, wird der komplette angehen? Also da wird die Anarchie jeden Tag präsent sein. Ich nehme an, du meinst, mit Shadowlands wird's komplett abgehen, oder? Ja, Crater ist aber einiges wieder aus dem Ruder gelaufen in dem Satz. Herr Metz, Hallöchen, denke, äh, nee, denkst du, dass wir in ganz Shadowlands in den Schattenlanden gammeln werden? Nein. Und dass der Jailer wirklich der Oberboss ist? Ja. Anfangs BFA konnten wir uns auch nicht denken, wer der Endboss wird. Naja, doch, wir konnten uns das schon denken. Also wenn du in meine Alpha-Playlist zu BFA gehst, dann findest du sehr, sehr früh Thumbnails, auf denen ich den guten Zotti schon gepackt habe. Also je nachdem, wo man hinschaut, kann man ja ganz, ganz viele verschiedene Storylines schon zusammenspinnen, ja, wir haben aus den jüngsten Lore-Interviews ja auch gehört, dass es in den Shadowlands eine Art Todespendant zu unserem Pantheon, also, ähm, die Titan betreffend geben soll. Wir wissen nicht genau, wo es mit Sylvanas hingeht. Wir wissen nicht genau, wie Ilun und Tyrando und die Nachtkrieger verarbeitet werden, ja. Wir haben uns ja im Stream auch schon mal Storylines zusammengesponnen, wie zum Beispiel dieser Riss über der Eiskrone einfach wächst, ja. Und wie nachdem wir die Shadowlands, äh, Shadowlands, die Shadowlands befreit, gerettet, geläutert, vielleicht auch zusammengeführt haben, letztendlich, äh, ja, auf unserer Seite der Realität weiterkämpfen müssen, verhindern, dass durch die Shadowlands, wie in meinem letzten Lore-Video erwähnt, zum Beispiel Licht und Leere Zugang finden und wir dann einen riesen Weltenkrieg der Universumsmächte auf Azeroth verlagert eben haben. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten, ja, und was davon jetzt am wahrscheinlichsten ist und was sehr unwahrscheinlich ist, das wissen wir natürlich noch nicht, aber, ja, all diese Möglichkeiten gibt es und die werden, denke ich, auch noch eine ganze, ganze Weile, ähm, ja, im Raum stehen, also bis wir da wirklich differenziert was betrachten können, das dauert auf jeden Fall, du hast völlig recht, das Ende der Endboss ist nicht völlig abzusehen, aber da wir es jetzt zum ersten Mal mit der Todesverkörperung, mit den Entitäten des Todes zu tun haben, wie wir schon von dem Licht, die Naru und Koken oder bei der Leere, die alten Götter und so weiter und so fort, gehe ich stark davon aus, dass sich vieles schon zentral in den Shadowlands abspielt, sich auch um den Jailer, um Sylvanas dreht, aber ob das eben Stoff gibt für drei, vier große Inhaltspatches mit einer Menge Veränderung, das, äh, bleibt erstmal abzuwarten, absolut. Nachkriegerinnen werden hoffentlich schnell abgefertigt, dieser Story-Strangen ist so nervig, ja, kann ja auch erst der Anfang sein, also wenn da jetzt hier ist, was jemanden zum Beispiel abfuckt, wie Kraid jetzt an der Story, das kann ja auch noch ganz cool werden, ne, wer weiß, wie Elun mit dem ganzen Kram zusammenhängt, vielleicht ist Elun auch ein Teil vom Jailer, vielleicht gehört die auch mehr zum Totenreich als alles andere, denn Elun hat ja eigentlich in Valsharar auch den Geist von Isera aufgenommen, Isera treffen wir aber auch wieder im Ardenwald, also in einer Shadowlands-Zone, heißt auch das muss ja irgendwie zusammenhängen und da wird's sein, denke ich, auch interessant, aber, ähm, bis wir da, wie gesagt, wirklich richtig Fuß fassen können gedanklich, dauert's noch ne ganze Weile, ja, absolut. Pilgur, 29 Monate, mein Lieber, dageschön, dageschön, oh, Herr Amphetamino am Start mit dem ganzen Jahr, Eiskite vollgemacht, vielen, vielen Dank für euren Support. Da ist Loot, looten müssen wir, aber die da nicht, die droppen nur Schmutz, sie können glitzernd von den Ameisen aufgefressen werden, Mantusa, Hallöchen, Hallöchen, ja gut, wenn der Mond ein Old God ist oder so, mal sehen, könnte ein eigenes Addon werden, auch das ist nicht völlig unmöglich, ja, also, das kann ja noch cool werden, was gerade nervt. Das ist eine Spende für einen guten Streamer, nicht solche Holztorpfosten, bleib wie du bist, möge das Antiallergikum mit dir und mir sein, Schlafstörungen kommen von den Pollen, Gruß an alle. Absolut, also Pollen sind einfach nicht geil, ja, Statement, Alimentana, Dankeschön für deine lieben Worte und deine drei Euro auf meinen miesen, miesen Schorkenacken. Am Ende ist der Endboss Hogger aus Sturmwind, das wäre in der Tat sehr unvorhersehbar, wobei eigentlich wäre es das Alleroffensichtlichste, dass es Hogger sein muss. Ach, Mann, so traurig. Äh, oh, Bruder, die Neuen, die fickt gerade meinen Kopf irgendwie. Äh, May, I don't know, äh, Mel, äh, Alter, vielen Dank für dein Abo auf jeden Fall. Da hat mein Hörn gerade richtig Aussetzer, wie die Neuen da auf einmal aufgetaucht ist. Das hat mich gerade leicht selber irgendwie in die Schattenlande katapultiert. Vielen, vielen Dank für euren Support, liebe Leute. Danke, danke. Scrattorren, hi, wir machen gerade nice Agentum-Action auf Robo-Pferden. Ja, der Lifestyle, man kennt ihn. Und dann hört man von irgendwo eine dumpfe Stimme, beginnt mit der Säuberung des Planeten, lass nichts und niemanden am Leben. Ja, absolut, genau so ein Szenario können wir uns auch zusammenspinnen. Ja, dass die Shadowlands jetzt quasi nur der Anfang sind, dass wir dem Jailer im Endeffekt danken sollten, ja, weil, ähm, weil, weil der eben dafür gesorgt hat, dass es bisher nicht möglich war, dass Licht und Leere eben Fuß in den Shadowlands fassen und dann über diese Realitätsebene eben auf Azeroth richtig eindringen können. Im Smaraggrünen-Traum ist das ja schon mehrmals gelungen, das hatten wir in der Dulu-Kampagne zu Legion, das hatten wir in der Azerid-Kampagne in BFA, also, die Thematik ist ja jetzt keine unbekannte. Und vielleicht ist der Jailer eigentlich der Good-Guy, also, ob er will oder nicht, ja, dass er, wenn Blizzard sagt, okay, der dreht jetzt auch durch, der will jetzt auch sein Stück vom Kuchen, dass er trotzdem bisher uns öfter mal den Arsch gerettet hat, selbst wenn er es nicht gezielt gewollt hat, hätte, wie auch immer. Dwarf Draft, hallöchen, ich habe eine Frage und zwar frage mich gerade die Sets aus der Prüfung. Aus Legion wollte wissen, ob du weißt, ob man das mythische Set noch bekommen kann. Nein, das mythische Set wurde tatsächlich rausgepatcht, das gibt das in einzelnen Teilen, also, wenn du mythisch reingehst, dann droppen wir, abgesehen von den Full-Sets, auch immer mal so einzelne Teile, irgendwie ein Umhang, Handschuh oder was auch immer, die zählen da mit rein, aber ich glaube, das sind zu wenige Teile, um das Full-Set noch zusammen zu bekommen, ne, das sind dann wirklich nur so kleine einzelne Sachen, die man da mitnehmen kann, zumindest meines Wissens nach und das Full-Set kann eben tatsächlich nicht mehr droppen, das ist nur noch LFR, Normal und Hero, wenn ich mich richtig erinnere. Fast drei Jahre Sub ist schon stabil, ne, das geht nach vorne. Wir sind schon eine ganze Weile da und wir gehen auch nicht so schnell weg. Easy Game. Wäre auch nice, wenn wir den Tod nicht mehr als das Böse ansehen und er ist einfach unser Best-Buddy gegen die Titanen. Naru-ETC. Das Ding ist ja, Tod ist ja auch etwas, womit alle sich irgendwie beschäftigen müssen. Ja, egal, ob du dann vielleicht auch als zersplatterter Naru im Licht wiedergeboren werden kannst oder wenn du dich als Dämon irgendwie im Neton neu formst oder so. Also der Tod ist ja trotzdem etwas, was in dieser Art und Weise erstmal eingetreten ist und da kann es schon gut sein, dass wir jetzt sagen, ja Mensch, mit dem müssen wir sowieso leben. Ja, mit dem Tod müssen wir leben, ob wir wollen oder nicht. Und darum schließen wir letztendlich ein Bündnis mit dem. Mal gucken. Dann fusionieren die Paladin und DK Orden zu einem Grey Knights von WoW und schaffen es, die Säuberung zu verhindern. Ah, mein Hirn rettert gerade wie bekloppt irgendwie. Ja, willkommen in der Lore von WoW. Kat, hallöchen. Hallöchen. Ich glaube, die Kollegen konnten das auch droppen hier, die Hühnerbeine, oder? Jawoll, da machen wir nämlich schön looten und leveln in der aller, aller reinsten Form. Und wir müssen tatsächlich auch nur sammeln und einmal den Nebelrufer töten. Der war ja oben in der Hühle. Nice one. Nice one, nice one. Ich war vorhin mal kurz draußen crazy. So langsam habe ich den Verdacht, dass diese Stadt hier auch gesäubert werden muss. Ja, je nachdem, wo man hinschaut und was man liest oder auch in den sozialen Medien, welchen Hashtags man da folgt. Oh, 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 oh. Kopfschmerzen. Junge, da habe ich beim Lesen wieder Schmerzen an Körperstellen. Die sind noch gar nicht entdeckt worden, sage ich ja immer. Und es ist dieser Tag echt nicht besser geworden. Ich muss morgen aber auch raus. Ich habe morgen meinen hoffentlich erstmal letzten Steuertermin, wo ich dann alles weitere abkläre mit meinem Steuerberater. Und da darf ich morgen auch raus, Leute. Und wisst ihr wann? Um 10 muss ich da sein. Alter, das ist sehr unchristlich. Darf man gesetzlich überhaupt so früh schon draußen sein? Der Typ wieder, der dreimal im Monat das Haus verlässt. Da kommt er wieder durch. Ach, Mann. Das wird sehr, sehr geisteskrank. Aber das Geile ist, das geht hoffentlich schnell. Und dann kann ich schön viele Commentaries machen, Alter. Mmh, das wird eine geile Nummer. Habe ich Böcke drauf? Mein Ordner Platz nehme ich schon wieder. So, jetzt müssen wir nur noch da einmal töten. Oder sind wir auch schon wieder durch? Geile Sache. Geile, geile Sache. So, wo ist jetzt hier die Sub-Nachricht auf einmal hin? Wo ist er? Der Gude. Da. Nee, Radlauf. Ich danke dir für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Highcraft war es jetzt so von der neuen Levelphase in Shadowlands. Finde ich bisher ganz cool eigentlich. Also die Startinseln, dann gleich BFA. Ich finde, es schade, dass alle anderen Erweiterungen ausgelassen werden. Vor allem ist es schwer für neue Spieler in die Lore hineinzufinden. Ich finde, so ist es tatsächlich leichter in die Lore hineinzufinden, weil du ja so oder so immer auf das nächste, auf das aktuellste Add-on geierst. Und wenn du dann die Story von BFA beim ersten Mal spielen ja mitnehmen musst, ist sie ja am nächsten dran. Ich fände es viel verwirrender, wenn man dann zum Beispiel als unerfahrener Spieler BC oder sogar Vodka wählt, wo ja beim Questen sogar Arthas noch Lichtking ist und dann in die Shadowlands kommt und da dann alles durcheinander geworfen ist. Also klar, Lore oder Storytelling in einem MMO ist immer super schwierig. Ich finde aber so, wie sie es jetzt gemacht haben, finde ich das tatsächlich ganz in Ordnung und finde natürlich, dass es für neue Spieler so oder so sehr unoptimal ist, weiß aber auch, dass nicht jeder neue Spieler eben darauf erpicht ist, jetzt die Story in ihrer Gänze kennenzulernen. Ja, oftmals ganz im Gegenteil. Und wenn man das berücksichtigt, dann denke ich, haben sie einen ganz guten Mittelweg da gerade gefunden. Das Einzige, was in meinen Augen noch angepasst werden muss, ist eben die Zeit, die das Leveln dauert. Ja, auch das gefällt natürlich nicht allen, aber da lasse ich mich nicht von abringen. Dafür habe ich schon zu lange WoW gespielt und zu viele Noobs gesehen, die dann aufgrund einer zu schnellen Level- oder Boost-Phase im High-Level voll auf die Fresse gefallen sind. Deswegen sage ich ja immer, Level-Phase kann gerade beim ersten Mal nicht lang genug sein, um ja nicht nur den Charakter, die Fähigkeiten, sondern auch die ganze Welt, die Mitspieler, Mechaniken und Co. kennenzulernen. Wie funktioniert was? Wie interagiere ich mit wem? Und so weiter und so fort. Das ist das Einzige. Ansonsten finde ich das eigentlich ganz in Ordnung, wie sie es gemacht haben. Konnte es mir aber selber auch noch nicht ansehen. Deswegen kann ich da auch gerade nur so ein bisschen von dem ausgehen, was ich mir eben auch durchgelesen habe. Ich finde es schade, dass alle anderen Erweiterungen ausgelassen werden. Vor allem ist es schwer für neue Spieler, die Lore in die Lore hineinzufinden. Aber die ganze jetzige Level-Phase ist man auch nur in einer Handvoll Gebieten unterwegs, was ich sehr schade finde. Was hältst du von der Idee, Leveln generell abzuschaffen und nur über das Item-Level stärker zu werden? Würde ich mich dann fragen, wo genau der Unterschied ist. Ob ich jetzt irgendwie ein Level mache oder ob ich dann einfach ein Item-Level brauche, um in die nächste Zone zu kommen oder so. Das ist ja jetzt gar nicht mal so der Unterschied. Das ist ja dann eher wieder so eine optische Änderung, möchte ich fast meinen. Und ja, das wäre mir relativ egal dann eigentlich, ob wir jetzt sagen, du brauchst für den Teufelswald Level 50 oder ob wir sagen, du brauchst für den Teufelswald GS 50 oder so. Das ist mir dann tatsächlich auch Jacke wie Hose, muss ich sagen. Muss ich sagen, muss ich sagen. Ich glaube, es ist eher ein Prinzip von teilen und wieder zusammensammeln. Raymond, Hallöchen, wie wenn du einen großen Turm hast und er zerspringt in viele Steine und baut sich aus dem Stein wieder auf, wie ein Wesen aus einer Kraft, die nicht Leben ist. Achso, bezogen jetzt auf den Tod, nehme ich an. Kann das sein mit den Naru? Wie ein Wesen aus einer Kraft, die nicht Leben ist. Also Xerra ist aufgestiegen und wieder zusammengefallen. Und es ist eine never-ending Story, hat aber nichts mit dem Tod zu tun. Deine Meinung? Wir wissen natürlich super wenig. Fred, Fredchen, Hallöchen, wir wissen natürlich super wenig über die Prozesse, gerade bei Licht und Leere, was es mit dem Tod so auf sich hat. Wie das zusammenhängt oder eben auch nicht. Und demnach kann das durchaus sein. Diese Thematik mit dem Aufsteigen, die hatten wir ja auch sehr, sehr präsent und auch nahezu prominent im Rahmen von Katar. Da hatten wir ja überall unsere Elementarfürsten, unsere Aszendenten. Die Shamis können das noch heute skillen und entsprechend aufsteigen. Ja, das hatten wir in einer reinen Form, das hatten wir in einer verdorbenen Form. Und demnach können wir ja durchaus davon ausgehen, dass dieses Aufsteigen im Universum durchaus etwas ist, was stattfindet. Ja, vielleicht können wir sogar vom Aufstieg reden. Auch wenn wir uns so Traxion angucken, ja, unseren guten Lichtschrecken zu lort. Vielleicht ist das auch eine Form des Aufstiegs, ja, von so einer Grundform, eben von einer anderen Macht erfüllt zu werden oder eben in den Rängen dieser Mächte aufzusteigen, bis man dann irgendwann ein Naru, ja, ein Jailor, ein Lehrenfirst oder so ist, wie auch immer das abläuft. Da haben wir, wie gesagt, keine großen Infos. Aber die Grundidee finde ich eigentlich ganz cool. So könnte man auf jeden Fall einiges davon erklären. Ob das jetzt aber richtig ist, das können wir halt alle nicht sagen. Aber die Idee an sich klingt auf jeden Fall erstmal ganz cool. Ramon, mein Lieber, T3, 22 Monate. Juge, Juge, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt fehlt mir hier noch ein Kristall, siehste. Da habe ich mich verzählt. Das gibt es doch gar nicht. Aber auch die ist jetzt fertig. Und dann können wir passend auf dem Agentum-Hippogreif schön zurückfliegen. Nice. Ich habe heute mit meinem 4,30-Decair eine Plus-3-Schreien des Sturms gemacht und doppelt so viel geheilt wie der Heiler, der danach drei Wimes offgegangen ist. Sehr belastend. Ich weiß auch jetzt nicht genau, was an dieser Geschichte mich am allermeisten belastet. Da sind viele Faktoren dabei. Muss ich sagen. Mimi Mitsu, Dankeschön für dein Abo und Adronach mit sechs Monaten, halbes Jahr. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. So. Wir fliegen abgeben und dann geht's an Toros. Jetzt erstmal Inseln römmeln zum Leveln, dann über Weltquests equippen. Echt? Macht ihr das noch? Über Inseln ist mir ja zu krass. Das ist mir zu krass geworden. Also gerade mit vollem Twink-Equip ohne Acerid-Teile und ohne entsprechendes Gier auf Inseln haben wir seit langem nicht mehr gelevelt, weil es so ins Maul gab. Aber ja, schön zu hören, dass das einige trotzdem noch hinbekommen. Kurze Frage an die Masse. Wenn ich WoW von einem Lappi auf einen anderen via externe SSD ziehen möchte, erkennt die Battle.net App das? Ja, kann ich echt nur so weiterleiten, die Frage? Technisch wisst ihr ja, ist mein Wissen da auch. Naja, zu sagen, es ist sehr begrenzt, ist schon wirklich sehr, sehr, sehr nett ausgedrückt. Wie viele Marken haben wir denn mittlerweile? Ich glaube, wir gehen auf die 70 schon wieder zu. Kann das sein? Zweimal, zweimal. 73 sogar. Ey, da gehen wir ja auf die 80 zu, wenn wir alles abgeben. Nice. Dann haben wir ja beide noch die letzten Ponys, die letzten Erfolge. Nice, nice Sache. Wieso habe ich einen Frosch? Was kann er? Und von wo habe ich das? Das ist unser Sub-Badge. Da hast du es wahrscheinlich, wenn du nicht selber abonniert hast, in den letzten Tagen ein Abo geschenkt bekommen. Das müsstest du oben auch sehen können. Also je nachdem, wie du Twitch gerade schaust, hat es ja oben so eine Glocke. Da werden diverse Aktivitäten geteilt und das steht, glaube ich, auch bei, wenn du, wann du, wo du, von wem du ein Abo geschenkt bekommen hast. Schreien des Sturms killt mich immer. Wenn man da unten schwimmen muss und in der Tiefe man die Tentakel sieht, dann will ich immer heulen, nachdem ich mit einer Army-Truppe da mehrmals wegen dem Dungeon-Erfolg runter musste, ist es noch schlimmer geworden. Und das war in der Tat alles andere als schön. Huhnboy, mach es gut. Viel Erfolg bei deinen illustren Runs. HBGS 207 und zwei Arzerid-Teile. Ah, machst du mit Arzerid-Teilen. Aber okay. Ja, also ohne Arzerid-Teile ist es wirklich einfach nur, keine Ahnung, eigene Folter. Ja. Das ist alles andere als schön. Zu der Theorie gab es noch einen ersten Teil. Na ja, aber wenn etwas komplett aus Licht ist und dann auch als Licht lebt, wie kann das Sterben, Licht ist ja nicht Leben, ist ein Naru oder Voidlaut nicht eher als etwas dem Leben Ähnliches anzusehen. Oder ist alles natürlich lebendig, weil es sich bewegt. Das ist schwierig. Also für mich macht das nicht viel Sinn, dass es etwas, das aus einer Kraft, die nicht das Leben erschaffen worden ist oder davon befleckt wurde, dass das normal sterben kann. Ja, das ist sinnig. Aber da könnte man jetzt auch sehr viel schwadronieren und philosophieren, ja, wo eben das Leben anfängt, wo der Tod anfängt. Dann in WoW allgemein, ob der Tod überhaupt ein Gewicht hat, ja, in welcher Form auch immer. Mein liebstes Beispiel ist ja Ragnaros. Ragnaros haben wir im geschmolzenen Kern, also auf Arzroth getötet. Dann ging er zurück in seine Domäne, in die Feuerlande. Dann haben wir ihn dort besucht. In Katta haben wir ihn dort auch nochmal getötet. Dachten, okay, wenn wir Elementarfürsten in ihrer Ebene töten, dann sind sie wirklich final weg. Und in BFA wollten die Dunkel-Eisen-Zwerge ihn nochmal wiederholen. Also was zum Teufel, ja. Warum hauen wir überhaupt irgendwas um? Und das sehe ich auch so ein bisschen als, ich sag mal, Story-Mammut-Aufgabe für Blizzard jetzt im Folgenden, weil sie müssen einiges klären mit Shadowlands, ja, wie das abläuft. Und ich hoffe, ich hoffe, dass sie das nicht alles gekonnt ignorieren. Ich hoffe, dass sie vielleicht sogar den Shadowlands und dem Thema Tod einen riesengroßen, ich sag mal, Teil in dem nächsten Chronikenbuch einräumen, ja, und dass dann eine ganze Menge geklärt wird dazu. Mass Effect jetzt schon ab diesem Dünnerstag. Ben, wir hatten schon zwei Streams. Ja, aber hallo, gestern war schon der zweite. Aber ja, immer jetzt montags und donnerstags. Pelon, fünf Monate, ich grüße dich und danke dir. Danke, danke. So, dann gehe ich mal auf die Hordenseite. Und dann schauen wir mal, was uns da so illustres erwarten tut. Erre da, mit was war ich denn auf keinen Fall dabei? Hör mal. Mit was war ich definitiv nicht mit? Ähm, da-dum, 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 da-dum. Mit dem Hexer, oder? Der steht sowieso in Suramar. Scheiß auf Suramar. Sando, hi. Das spielt in das Beispiel von Es geht kaputt, stirbt nicht, sondern baut sich langsam wieder zusammen. Ja, das macht auch Sinn. Das ist auch durchaus sinnig. Jetzt ist eben nur die Frage, möchte Blizzard das so? Na, das wäre immer dann die finale Geschichte, wo wir relativ wenig Einfluss drauf haben. Und da können wir natürlich nur abwarten. Aber an sich ist das eine durchaus, ich sag mal, schlüssige Überlegung. Ja, definitiv. Eine Frage wäre, wer ist zurzeit stärker Elementarschamane oder Verstärker, der den du besser spielen kannst? Also, die nehmen sich nicht viel, die haben beide ihre Vorteile, die haben beide ihre Stärken, die haben aber auch beide ihre Schwächen. Ja, und je nachdem, mit wem du besser bist, wer die besseren Traits, die besten Essenzen hat, die besten Procs. Ja, kann gut nach vorne gehen. Ich spiele lieber den Verstärker. Macht mir seit jeher super viel Spaß. Das ist auch ein BFA und darum bin ich auch da sehr, sehr zufrieden. Dann kann das künftig aus dem Titel. Ben, da hast du absolut recht. Das ist sehr, sehr verwirrend. Völlig korrekt. Gorlak, halluin, halluin. Was du allerdings aus dem Leben umklopst, bleibt tot. Sollte es nicht im Untod gerätzt werden. Das würde das Beispiel untermauern. Richtig, richtig, richtig. Wobei auch da vieles zu klären ist. Ja, auch das Leben scheint ja sehr wandelbar zu sein. Dann haben wir ja auch das Leben nach dem Tod. Diese Völker in den Shadowlands, die leben und existieren ja da auch. Wir reden ja dann auch nicht irgendwie nur von Leben und Tod direkt, sondern auch von mehreren Realitätsebenen. Und all das sind irgendwie so kleine Schlupfwinkel. Ja, wie du auch gerade sagst. Blizzard kann auch sagen, nö, ist halt so oder ist halt nicht so. Ja, und da können die sich überall verstecken und dann sagen, ja, jetzt zauber noch was aus dem Hut und so und so ist es jetzt. Und all solche schöne Geschichten. Craft-Thema Elun kann es nicht sein, dass Elun für das Licht um Azeroth kämpft. Die alten Götter für die Lehre. Und beide wollen eigentlich nur Azeroth auf ihrer Seite. Egal, was mit uns passiert. Hauptsache, sie haben den Titanen auf ihrer Seite. Ja, das ist im Grunde genau das, was quasi die kosmischen Mächte vorhaben. Alle buhlen um Azeroth. Denn wie wir wissen, ist Azeroth die bisher mächtigste Weltenseele. Sprich, wenn Azeroth wirklich geboren wird, beziehungsweise sich manifestiert, dann wird die Macht, die die Herrschaft von Azeroth im Vorfeld gewonnen hat, dann wird die gewonnen haben. Ja, dann haben wir kein Gleichgewicht mehr im Kosmos. Dann haben wir eben Azeroth verstärkt durch die Macht, die sie eben erobert hat. Und diese dominiert dann durch diesen verdorbenen, mächtigsten Titan. Was Elun damit zu tun hat, wie Elun damit drin hängt, das können wir aktuell unmöglich sagen. Wir wissen auch, Elun hat eine helle Seite, hat eine dunkle Seite. Ja, ist das jetzt Licht, ist das Leere? Ist das was anderes? Sie scheint auch irgendwie mit dem Tod zusammenzuhängen. Tyrande dreht durch, statt uns Infos zu geben und so. Was jetzt mit den Nachtkriegern los ist. Also, hui, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, vielleicht auch was Titanisches. Wir wissen auch hier, in Antorus im brennenden Thron, während wir Eonar retten, sind wir auf Elunaria. Also, auch das hängt da wohl irgendwie mit zusammen. Dann ist der Shit uralt und genauso uralt wie auch undurchsichtig. Deswegen, ja, so den Grundkonflikt, den hast du da ganz gut auf jeden Fall erfasst. Aber wie da Elun vor allem mit drin hängt, ganz schwierig, ja. Ganz, ganz schwierig. Razam, acht Monate, Beschwörung abgeschlossen. Ich danke dir. Danke, danke. So, Freunde, Gruppe LOL, wer mitkommen möchte, unsere letzte Runde an Toros für die dieswöchige ID. Morgen ist der Reset L-O-H-L, Serverübergreifen, GS bitte 380 aufwärts. Und dann könnt ihr gerne einmal mitkommen. Ich habe drei Jäger, ein Survival, ein Treffsicherheit und ein BM. Und der am wenigsten Gespielte von mir ist der BM, weil ich bisher einfach zu faul war, den zu leveln. Ja, bei mir ist der BM der am meisten gespielteste, siehste mal. So kann das wieder auseinander gehen. Da hat ja auch jeder seine unterschiedlichen Präsenzen und auch Referenzen, was das angeht. Gucken wir mal, ob wir ein Grüppchen zusammenbekommen hier heute für den finalen Run. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das Einzige, was ich bisher nicht sehe, ist ein Hexer. Aber das hat uns ja auch noch nie wirklich aufgehalten. Und wenn ich hier diese schönen, hohen GS-Zahlen sehe, dann kommt da ein Hexer. Und zum anderen sind das dann bestimmt alles übertrieben krasse Elite-Spieler, die Antoros sowieso schon als zweiten Wohnsitz haben eintragen lassen. Und die generell genau wissen, wann es hier wie wo lang geht. Und abgesehen davon bin ich ja auch selber einer. Dennoch habe ich Verstärkung im Tool gesehen. Nein, ich will lieber nicht gucken. Ihr habt das bestimmt von Anfang an geschrieben. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich sehe nur aus dem Augenwinkel, wie der Shad rattert. Ah, ah, nee. Ich gucke gar nicht rein. Nee, nee, nee. Nein, nein. Mach ich gar nicht. Ich muss nämlich mein Interface einstellen. Hm, das muss ich nämlich machen. Scheiße, ich war ja wieder selber der Hexer. Ach, Mann. Und ich habe es zu spät gemerkt, da hat der Shad doch schon wieder gerattert. Meine Fresse. Ich kriege wieder gar nichts auf die Kette. Mann. Das ist aber auch unfair hier mit diesen unterschiedlichen Klassen. Da kriege ich so einen Hals. Dankeschön. Dankeschön fürs Ingame-Bescheid sagen. Ja, wir können auch drinnen porten, denn ich bin ja Hexer, wie euch vielleicht noch nicht aufgefallen ist. Eranamoah, Hallöchen. Ich bin ja selber Hexer. Diese miesen, stinkenden Hexenmeister, genau. Ach, manchmal. Nee, wirklich. Das ist heute so ein Tag, da werden mehrere solcher Sachen kommen. Ich bin nämlich heute noch nicht einmal richtig wach geworden. Und das Einzige, was mich heute wecken kann, sind Reintier-Drops. Und wir geben WoW heute ja auch viele Chancen. Ich meine, Antorus alleine gibt es ja zwei Bosse, die einen Mount droppen. Dann Tiefenfuhl. Dann noch Königsruhe. Also, das heißt, Zeit aufzuwachen, wirklich. Holy fuck. Noch beim Horde-Raid. Ja, machen heute auch nur eine Horde-Runde. Morgs. Hallöchen. Woidi ist auch da. Was gab's zu essen? Äh, süß-sauer gelönt hier mit Reis, ne. So eine schöne Hähnchen-Süß-Sauer-Mischung. Ein bisschen Reis drunter und dann ab dafür. Super Geschichte. Super Geschichte. Neues vom Hexer, genau so. Habe ich auch bemerkt, alles gut. Gibt Leute, die dürfen mich nerven und Leute, die dürfen es nicht so. Das ist ja auch eine wichtige Aussage, ne. Ganz klare Geschichte. Was eine sehr unterschiedliche Resonanz dann auch mit sich bringt. Ja, dass unterschiedliche Leute, die einem unterschiedlich nahe stehen, auch unterschiedlich weit gehen dürfen. Und das ist bei uns, das war früher in unseren Gruppen, war das super schwierig, wo ich mit meinen RL-Freunden damals beim League of Legends Spielen und so noch in sehr vielen öffentlichen Channeln unterwegs war. Und natürlich zwischen mir und meinen Freunden ein super lockerer Ton an der Tagesordnung war. Ja, da wurde sich eben geflamed und da wurde sich mit Nalu Huan-Sohn begrüßt und so. Ja, so ganz normales Männerthema. Ja, und dementsprechend hatten wir dann in diesen öffentlichen Channeln unsere, naja, Plätze eben eingenommen. Ja, und dann kamen natürlich immer mal Leute dazu. Und wie schnell diese in diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt, fremden Leute, ja, irgendein Kumpel von einem Kumpel oder eben öffentlicher Channel, kommt irgendwer rein. Ja, so, und wie schnell die diesen Jargon angenommen haben. Und das fand ich immer mega befremdlich, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich zu meinem besten Freund jetzt sage, du kannst ja auch gar nicht zu Huan-Sohnen. Oder ob jemand reinkommt, mit dem ich noch nie irgendwie gesprochen, geschrieben, sonst was gemacht habe und der dann meint, ja, du hast das ganze Game versaut, du Bastard. Wo ich so denke, das ist echt jetzt ein bisschen unbequem. So, das ist ein bisschen schwierig, ja, weil du kannst den anderen ja dann auch noch gar nicht einschätzen, ob der überhaupt in der Lage ist, das auch richtig zu verstehen. Ich kenne auch genügend Männer, die mit dieser lockeren Art nie was anfangen konnten. Das waren so die Philipp Amthors, ja, League of Legends-Gemeinschaft, ja. Das ist sowieso immer super, super schwierig. Also, ja, auch im Internet, ne, muss man immer gucken, ja, wie weit kann man da gehen, wie weit nicht, muss man sie immer erstmal so ein bisschen beschnuppern, ein bisschen anpinkeln und so. Ja, Kontodaten tauschen, so die Klassiker. Und dann kann man da weitersehen. Warum wollen die Mächte denn die Titanen? Titanen sind auch nur die nächste Stufe unter der Macht. Kann die Macht selber nicht nochmal so durch die Neter peitschen, wie beim Urknall und einfach alles verschlingen, anstatt Schergen loszuschicken? Ist auch komisch, dass die Macht sich nicht einfach ausbreitet, sondern alles infiltriert, etc. Naja, gut, dieser Prozess kommt, denke ich, dadurch zustande, dass wir natürlich im Gegenteil zum ganzen Universums anfangen. Mittlerweile ja viele Big Player, ja, viele große Namen und Mächte eben in dieser Konstellation haben. Wir haben ja nicht mehr nur Licht und Leere und so ein Kram. Wir haben ja keinen einfachen Kreislauf. Wir haben eben mittlerweile ein breiteres Feld, wo viele, viele verschiedene Leute, sage ich mal, mitmischen. Xenia, Hallöchen. Und dadurch entsteht ja dieses Gleichgewicht. Und darum ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, entsprechend das eben runterzubrechen, ja. Und natürlich ist es da auch nicht einfach, jetzt einen Machtstrom aufrechtzuerhalten oder eben so viel Macht zu kanalisieren, dass man alle anderen dann eben vom Feld fegt, ja. Und genau darum, finde ich, passt es ganz gut, dass die Mächte eben nach Möglichkeiten suchen, sich gegenseitig auszustechen, ja, entsprechende Völker und Kräfte und auch Mächte zu kanalisieren, aber auch zu rekrutieren. Das kennen wir von Sageras und der brennenden Legion, ja, der eben nicht gesagt hat, okay, ich bin jetzt hier der verdorbene Titan, ich habe jetzt drei Teufelshunde und einen Schreckenslord-Attacke, sondern auch der hat ja geguckt, wie kann ich meine eigene Macht, in dem Fall jetzt das Chaos, die Teufelsenergie, wie kann ich die nähren, wie kann ich jetzt meinen Platz hier erobern und wie kann ich eben mit meiner Armeestärke, mit meiner Truppenanzahl auftrumpfen und mit den anderen konkurrieren. Ja, und dass da dann natürlich, wenn sich das rumgesprochen hat im Universum, dass dann so ein ungeborener Titan, der einfach was ebenfalls Gottgleiches werden kann, dass man den einfach übernehmen kann, einfach, indem man ihn, bevor er überhaupt geboren wird, quasi übernimmt, das ist natürlich eine supergeile Nummer, ja. Ich sag mal, Sageras, der dann dem Chaos zuzuschreiben war, ist schon ein Big Player auch, ne, so dem will man nicht One-on-One, Chaos, gefährliche Sache, wie lange die Legion uns schon Dorn im Sack war und vielleicht auch wieder wird, müssen wir, denke ich, nicht drüber reden. Und wenn jetzt die Lehre das mit Azorot schafft oder so, dann ist das schon eine Aktion, wo ich sagen würde als Lehre, ja, also so ein Titan jetzt in unseren Reihen, das wäre schon eine wirklich geile Nummer, ja, also dann könnten wir mal richtig auftrumpfen und dann ist auch egal, ob das Licht jetzt irgendwie drei oder fünf Obernaru hat, wir haben dann Azorot, kriegt noch eine geile Waffe und dann Abfahrt, ne, dann ist ja Tentakel-Party, aber sowas von. Zagra, Nukiflau, Hallöchen, 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 was eine Macht davon, alles zu beherrschen oder was hat eine Macht davon, vermutlich, was haben die davon, wenn alles ihnen gehört, ist doch langweilig mit Might Crisis. Ja, darüber haben die vermutlich auch nicht nachgedacht, ne, dann hätte die Lehre, wenn wir das Szenario jetzt weiterspitten, hätte mit Azorot dann das Licht besiegt, besiegt das Leben, besiegt die Ordnung, besiegt das Chaos, besiegt das Leben, besiegt den Tod, alles ist nur noch Leere und dann sitzt du da auch im Universum, ne, hallo, hallo, ho, alles ist leer halt, ne, alles ist Tod, überall Tentakel und, ja, da haben die vermutlich auch noch nicht drüber nachgedacht, das ist dann unsere Trumpfkarte, wenn die uns zu nah kommen, wenn die uns zu doll auf den Sack gehen, dann können wir uns sagen, Leute, wollt ihr das wirklich? Oh, Katzus wacht auf, miau, was los, miau? Ja, du hast, du hast nur wieder blöd geträumt, du musst weiter schlafen, es ist hell draußen, du musst schlafen, Katzi, alles ist gut. Das war ja auch so schön in einer Modern Family Folge, guckt endlich mehr Modern Family, was ist mit euch, wo der gute Luke, ein junger Borsche, sein Vater loswerden wollte, weil der ihm auf den Sack ging und wenn diese Situation eintritt, dass quasi der Vater dem Sohn auf den Sack geht, dann stellt er einfach Gegenfragen und wenn dann der Vater ihm irgendwas erzählt, ja, das ist gut für deine Zukunft und so und du musst jetzt das und das machen, dann steht er einfach auf, breitet die Arme aus und sagt so, beziehungsweise fragt so, ach ja, Dad, ach ja und dann funktioniert das immer, ne, weil der Vater dann sich auch denkt und hinterfragt, ja, mach ich das jetzt für meinen Sohn? Mach ich das für mich? Ja, was ist der Sinn des Lebens und so? Und er hat seine Ruhe, mega geile Aktion, also einfach immer ein bisschen schreiend gegenfragen und dann kann das auch funktionieren. Vielleicht auch bei Lichtlehre und Co. Durchaus, man weiß es nicht. Ist das das potenzielle Ende von WoW, alles ist eins? Naja, das Ding ist, eigentlich dürfte ja nicht alles eins sein, beziehungsweise was wäre dieses eins? Ja, bauen wir dann einen super Power Ranger, Transformer Digimon oder so? Wäre das Ende, dass quasi Azeroth von allen Mächten irgendwie erfüllt ist, ja, dass wir im Rahmen der nächsten Addons quasi von allen Mächten einen rekrutieren, der auf unserer Seite steht, ja, sodass wir dann eine Xerra haben, einen Sargeras, einen Amantul, eine Eona und was weiß ich nicht alles und all die opfern sich quasi und ihre Macht, um Azeroth zu speisen, die Wunde zu schließen, Geburtshilfe zu leisten, whatever und dann haben wir Azeroth und die ist dann eben erfüllt von allen Mächten des Universums und kann dann wirklich als Gleichgewichtsbringer alles einen, das könnte sein, also das könnte ich mir vorstellen, aber ein beschissenes Ende wäre, glaube ich, wenn eine Macht siegt. Das ist irgendwie dann nicht so cool. Hallo Herr Meier, ja, man kennt es. Frau Vito fragt, ob sie dir die Mathe-Abitur-Aufgaben rüberschicken soll, zur Not auch nur die E-Funktion seiten. Hast du ja noch Vergleichsfunktionen und Übungen? Solltest du eine Auffrischung brauchen, auf dem YouTube-Kanal gibt es so ein Na-Unboxing, kleiner als 3. Dankeschön, ich muss an der Stelle leider verzichten, aber vielen, vielen Dank für das großzügige Angebot, auf jeden Fall. Wie der Moment, wo Orgrim seine, warte, ich wollte gerade sagen, Orgrim seine Vision sitzt, aber er war es gar nicht Vision, ich war gerade gedanklich ganz so anders, denn wenn Orgrim bei Wellen sitzt und nicht der Vision und sagt, also ich hätte gern die Waffe meines Vaters und würde den Clan führen und Wellen nur so, du weißt, dass dein Vater dafür sterben muss und Orgrim nur so, oh, gleiches Prinzip, ist alles kurz gedacht, aber ich habe noch eine Frage. Ja, also genau so kann man quasi ganz viele Szenarien entsprechend weiterspinnen, ja, und Prophet Wellen ist ja ein sehr gutes Stichwort, auf dessen Worte, auf dessen Visionen wir ja früher als Lorefreunde ganz, ganz viel gesetzt, ganz, ganz viel gebaut haben und dann kam ja die Aussage von Blizzard beziehungsweise wurde es immer mehr aufgeklärt, dass auch das Licht nicht wirklich eben gut ist, ja, sondern auch seine Ziele hat, mit allen anderen ganz normal konkurriert und die Lehre auch nicht das ultimative Böse ist, ja, und auch der Prophet Wellen immer nur die Seite sieht, die das Licht ihm eben zeigt beziehungsweise eben Gedankenwellen aussendet von Szenarien, die das Licht eben so beurteilt oder so haben will, ja, und da mussten wir ja dann auch anfangen, alles nochmal auseinander zu pflücken und zu analysieren und zu gucken, wo ist jetzt Spielraum, wo nicht, ja, und das sind ja diese Prinzipien, die jetzt erst in der, ich sag mal, neueren Story-Zeit so ein bisschen aufgekommen sind. Ich muss mich aber wieder verabschieden, RL ruft mal wieder, scheiß RL, wenigstens hatte ich gestern Glück, da Friseure wieder öffnen dürfen, bin ich auf gut Glück zu meinem Stammfriseur gegangen, direkter Jackpot, endlich keine Matte mehr auf dem Schädel und wieder den Wind fühlen können. Nice, Es gibt nichts Angenehmeres, außer vielleicht eine Schäferstunde mit Alex Traser. Okay, das eskalierte sehr, sehr zeitnah. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal, um Gottes Willen. Gestern hatten wir Alien-Sex, heute ist es wieder Drachen-Sex. Ja, willkommen zurück bei den Wurzeln. Möchtest du mir bei den Untersuchungen der Keeper helfen? Nein? Okay, ich dachte, ich frage einfach mal. Ja, man kann ja mal fragen, oder, Bieden-Benny? Ist ja gar kein Problem. Das ist sehr leicht sein. Ich verstehe eh nicht, warum die Flitzpiepen von Titan abgezischt sind, nachdem Sageras versucht hat, aus Arzrod einen Fleischspieß zu machen. Ja, man hat da auch ganz viele Interpretationsmöglichkeiten. Entweder sie wollten ihn erstmal out of range bringen, weil sie selber auch nicht wussten, ähm, naja, wie mächtig er jetzt ist, ob sie ihn halten können, ja, dann hatten sie vielleicht schon irgendwas mit Illidan besprochen, dann verfolgen sie vielleicht eigene Pläne, von denen wir gar keinen Plan haben, also, auch da, ganz, ganz viele Unsicherheiten, ne, allerdings sagte Blizzard, dass, solange wir an unserem Himmel den großen roten Stern sehen, der ja das sich schließende Portal zum Pantheon ist, solange der da ist, müssen wir uns keine Sorgen machen. Sollte der aber weg sein, dann sollten wir mal überlegen, was da vielleicht gerade schief gelaufen ist. Grüße gehen auch raus an Xalatas und Achara. Gestern 6,5 Stunden in Nazjatar gesessen, auf der Suche nach Fabius, und dann ist er erschienen. Die etlichen Stunden rumsitzen, haben sich so gelohnt. Und das ist ja das Schöne immer, oder? Da ist es natürlich für jeden total scheiße, immer zu campen und zu warten und zu grinden, aber irgendwann kommt es halt, ja. Irgendwann kommt es, ich meine, Mount Farmer, die weinen jetzt zwar, weil da hat man natürlich nicht so die Sicherheit, wie wenn man jetzt einen genauen Spawn-Timer hat, oder eben irgendwelche Marken grindet, ja. Dann kommt man natürlich irgendwann auf die 100%, aber an sich ist es immer ein geiles Gefühl, das dann in den Händen zu halten, ja. Egal, was es eben ist. Lell. Es gibt ja viele Nekromanten, viele, die den Tod benutzen. Glaubst du, der Jailer als potenzieller Overlord spricht zu Nekromanten, oder sind Nekromanten nur weiterhin einfache Magier der acht magischen Schulen und arbeiten nur nach Formeln, nicht nach einem Herren? Ich denke nicht, dass der Jailer sehr interessiert ist an irgendwelchen weltlichen Dienern. Ich glaube generell, dass der Tod wenig mit, ich sag mal, Dienern zu tun hat in unserer Realitätsebene, weil dem kann es ja scheißegal sein, wer sich unter welchem Banner bekriegt. Solange Leute sterben oder Lebewesen sterben, kommen die Seelen ja zu ihm. Und da ist ja jetzt egal, ob die in seinem Namen geerntet werden oder ob die jetzt eben einfach in Kriegen irgendwie dann fallen und zu ihm gebracht werden. Deswegen glaube ich nicht, dass der Jailer außerhalb von einigen speziellen Konsorten, Sylvanas natürlich zum Beispiel, dass er außerhalb von diesen speziellen Konsorten wirklich irgendwie ein stehendes Heer hat, oder weitergehend irgendwie Einfluss nimmt auf die Handlungen verschiedener sterblicher Völker auch, um das beispielsweise zu beschleunigen. Ich denke, sowas haben wir gerade in WoW immer auch ganz gut alleine hinbekommen. Und darum, glaube ich, ist das einer der großen Unterschiede auch, wenn es dann so ist. Ja, das werden wir ja erst mit Shadowlands hundertprozentig dann sehen und gesagt bekommen. Aber das ist natürlich auch einer der Unterschiede dann zu Licht und Leere, ja. Die ja ganz gern erstmal versuchen auch, die Welten in ihrer Art auf ihre Weise zu erobern, die Leute eben mit Macht auf ihre Seite zu locken, ja. Diese dann so Stellvertreter-Krieg-mäßig aufeinander zu schicken. Und da ist, glaube ich, der Tod ein bisschen anders, weil der Tod, der kann geduldig sein. Der profitiert ja sogar, wenn sich Licht und Leere Stellvertreter kriegsmäßig den Kopf eben einschlagen, weil die sterben, ja. Und wo gehen die hin? Naja, eben ins Reich des Todes, ja. Deswegen denke ich nicht, dass er da eine besondere, ich sag mal, Nötigkeit sieht, dass er da Bedarf rollt jetzt auf irgendwie untergebene Diener, ja. Und zweitens sind halt mega mächtig und wichtig. Alle Freunde der Drehspießtaschen, bitte mal ein Plus in Chat. Ah, fuck. Ach, und hier noch ein Witz für alle, wie heißt das Spiel mit den Körben nochmal? Kunstpause flirten. Oh, wer heißt das Spiel mit den Körben? Flirten, Alter. Und so kreativ der Name. Ediov. Ediov, das wissen die wenigsten, ist der russische Halbbruder von Voidy. Nice one. 7,24 Euro auf meinen Hexernacken. Und dazu noch ein Überjoke. Bruder, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und für den nervlichen Overkill, was Kunstpause und Witz angeht. Und wir haben viele Freunde da, ich seh das schon. Wir haben viele Freunde da, das ist super. Ich kann das mit den Kristallen nicht. Alles klar. Und Babydoll hat auch gesagt, mich bitte raus aus der Gruppe. Sollte noch jemand aus Gruppe 1 nicht in der Lage sein, diese Mechanik zu stiehlen, dann bitte ebenfalls bei mir Bescheid sagen. Dann nehmen wir Kätzchen mal mit rein. Die Gute kann das, denke ich, auch. Und ja, sollte wie gesagt noch jemand aus Gruppe 1 Probleme damit haben, dann bitte einmal bei mir noch melden. Ansonsten teile ich gleich die Gruppe nochmal mit meinen Worten und mit entsprechenden Positionen ein. Und dann geht's auch schon Eona an den Kragen. Alter, Salüchen. Aber Drehspießtaschen sind schlechte Döner. Boah, würde ich gar nicht sagen, dass das schlechte Döner sind. Kann ja trotzdem schmecken. Ja, aber es sind natürlich keine Real Döner. Da hast du recht. Da kann man dann Abzüge machen, so als Feinschmecker. Aber solange es schmeckt. Rein in den Mund. Aber hallo, man sagt ja nicht umsonst auch Maultaschen. Hab jetzt leider nicht gesehen, wer noch geportet werden wollte. Akando. Haben wir den schon, den Guthirnen? Ansonsten mache ich jetzt nochmal ein Portal. Wie kannst du eigentlich so viel reden? Das ist, glaube ich, Übung. Das ist voll das Talent. Wenn ich zocke, sitze ich da zwei Stunden stumm, auch ohne Stream. Ja gut, also wenn ich jetzt nicht streame oder aufnehme, dann labere ich natürlich auch nicht vor mich hin. Das staue ich dann an, um es rauszulassen. Aber da mein Tag einfach, ja, zu großem prozentualen Anteil, dem aus Reden, Kommentieren, Streamen und Co. besteht und ich einfach keiner von den Kollegen sein will, die man so in so eine Tick-Grabbeltisch-Aktion irgendwie einordnet, ja, wo der dann einfach nur da sitzt und streamt, so stumm mit Facecam, ohne Interaktion, ohne irgendwas eben, naja, bereden und bequatschen zu können und so, versuche ich halt so gut wie jede Stille irgendwie zu überbrücken, immer wieder irgendein Thema zu finden, weil andere gibt es ja schon genug, ne? Und das ist so meine Basis, auf der ich quasi irgendwas Einzigartiges aufbauen will, so in diesem Bereich. Dein Ball rollt um die Ecke und fällt um. Alter, Nöni, Dankeschön für deinen Fünfer und diese wichtige Info. Holla, vielen, vielen Dank. Mich bitte auch aus Gruppe 1. So, du bist gar nicht in Gruppe 1. Das habe ich von Anfang an outsmarted. Gut, dann sind jetzt hoffentlich alle da. Gruppe 1 spielt bitte die Kristalle. Gruppe 2 steht bitte unten bei Position X und verteidigt da. Gruppe 3 und 4 verteidigen bitte am Eingang bei Blau und Gruppe 5 verteidigt bitte oben bei Position Violett. Ihr habt alle einen Action-Button. Nutzt den, um schnell von A nach B zu fliegen. Gleich gibt es einen Ready-Check. Danach geht es dann Eona an den Kragen und die andere Seite der Medaille neben diesem, naja, Versuch sich irgendwie abzuheben, was anderes zu machen, was anderes anzubieten, ja. Ist natürlich auch Übung. Also ihr macht den Kram jetzt seit 8 Jahren und da kommt natürlich ein gewisser Flow auch rein. Dementsprechend kommt das ja auch nicht so von ungefähr. Vielmehr ist das lange, lange Übung auch. Christa, Hallöchen, Hallöchen. Drehspießtaschen sind wie Hogger eingesperrt, oder wie meinst du? Aber dann hört man die Linkin Park-Playlist auf jeden Fall. Aber wenn wir beide oder zu Linkin Park schön irgendwie auf den Tisch antanzen, da sehe ich uns ab. Aber dann auch zu so ein paar ruhigeren, neueren Sachen hier. Castle of Glass und wie es nicht alles heißt. Ja, da sehe ich uns absolut. Gut, dann schauen wir mal, ob wir hier alle am Start sind, ob wir alle halbwegs richtig stehen. Und dann kann er auch schon das Licht angehen. Yeah, wenn Kraft nicht mehr redet, ist er gestorben. Sogar im Schlaf kommentiert er seine Träume. Zum Glück ist Shireen diejenige von uns beiden, die im Schlaf reden. Also da kann ich ganz gut meine Fresse halten. Ja, aber wenn man mir natürlich die Chance gibt, dann rede ich auch erst mal eine Weile. Mich bitte auch aus Gruppe 1. Danke, hab eine Frage. Was spielst du als Main? Na da, Fredo, dann geht er nach Hause, Mann. Geht er nach Hause, mein Guter. So, alle sind bereit. Dann legen wir mal los und hoffen das Beste. Na wie Hogger werden 24-7 geradet. Oder so. Ja, von Gnomen, aber mysteriöso. Von Gnomen, absolut. Wird mal Zeit für neue Transmog-Rades, kann die Boss-Mechaniken schon mitsprechen. Ich auch, lol. Und ich sehe ja gar nicht mehr allzu lange hin. Ey, ist doch klar. Was macht man mit einem Hund ohne Beine, um die Häuser ziehen? Der Hund ohne Beine. Ne, wie war das Gedicht, Alter, auch von Johann König, ne? Altonas, Dankeschön für 5 Euro. Der Hund an der Leine, so fing's an. Der Hund an der Leine, der hat keine Beine. Darum ist der Hund auch untenrum wund. So ist das Ding nämlich. Altonas, Dankeschön, dass du mir das auch wieder ins Gedächtnis gerufen hast. Das sind so diese Schüttelgedichte, die man so aus dem Ärmel schüttelt, die sitzen müssen. Vielen, vielen Dank für diesen wichtigen Text und einen Fünfer auf meinen Eona-Nacken. Ich freu mich aber auch schon. Ja, dann Richtung Uldir, der Saalor und so weiter und so fort mit Shadowlands, schön entspannt durchroffeln. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe nicht, dass wir da groß irgendwie bei Gahun, bei Suhl, bei Mekka-Drill und wie sie alle heißen, dann irgendwie großartig Spiränzchen veranstalten und planen müssen. Hä? Äh, ich bin verwirrt, glaube ich. Wait, sind jetzt vier drin? Ja, ne? Okay. Ja, ähm, öfter mal was Neues. Ich habe mir gedacht, ich hätte gern mal wieder einen Krieger wie ein Viking. Dann dachte ich, ja, aber überleg mal, wenn du in der Wikingerwelt leben würdest, was wärst du? Und ich dachte, also viele wären gerne ein Ragnarkrieger und hauen alles kaputt. Und da sehe ich mich halt null. Ich wäre eher der Schamane, der als weiser Berater daneben steht und Rat gibt und Blitzen draufhaut, um Thor und Odin zu dienen. Ich level doch keinen Krieger. Fühle die nicht. Ja, dann ist natürlich super, dass Story-mäßig zumindest auch entsprechend begründen, äh, begründen vor allem mit Ü. Haha. Begründen zu können. Das ist doch sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie geht eigentlich der Boss? Er wollte, wie du siehst, weiß ich das selber nicht anscheinend. So einfach ist das. Bin immer noch sicher, dass Crafty Eona-Ansage aufgenommen hat und immer mit seinem Stream-Deck abspielt. Aber Dream, wenn du jetzt überlegst, wie lang es bei mir dauert, bis ich was Neues mache, ja, und wenn du dann überlegst, wie lange ich erst das Stream-Deck habe, dann ist es ja nahezu unmöglich, dass ich da schon auf den Trichter gekommen bin, irgendwas derartiges einzustellen. Moin Craft, Carlito, hi, können Vulpera eigentlich Insekten anlocken? Können Vulpera Insekten anlocken? Nee. Warum? Ich habe Angst zu fragen, aber warum? Haha. Gottes Willen. Das war ein typisches Heinz-Erhard-Geldig. Ja, absolut. Gut, genau. Hat der Music-Boy dir den Platz geklaut? Das scheint so, ne? Es scheint so. Da werde ich ja outplayed und das zu meinen eigenen Gunsten. Also das muss auch erstmal einer schaffen. Als Wikinger wäre Craft der, der dauernd betrunken ist. Ja gut, aber dafür muss ich ja jetzt kein Wikinger sein. Das ist ja dann auch Jacke wie Hose. Haha. So. Die Rückkehr des Königs, Leute, hier heute für unsere Eona-Mechanik. Nice. Also ich habe es auch mal geschafft, hier heute reinzukommen. Weiß noch nicht ganz, wie diese Verteilung jetzt insgesamt zustande kommen konnte. Aber ja, ist doch schön, ne? Wenn wir so viel Freiraum mittlerweile in diesem Boss-Kampf haben, dass wir kreuz und quer und bunt und nicht so bunt und rot und gelb hin und her laufen können. Das ist doch ganz toll. Ich habe vielleicht vergessen, was die Marks alle für Farben haben. Deswegen musste ich mich jetzt mit bunt und Co. über Wasser halten. Was ist ein Dackel im Sommer? Ein Hotdog? Das wird ganz schlimm, ne? Es sind wieder ganz, ganz schlimme Sachen geschehen hier heute. Aber vielen, vielen Dank für eure schönen Donations. Damn, du kennst dich ja recht gut, Craft. Ja, so mit der Zeit lernt man auch einiges für sich selber, ja? Ey, du Stealer, das war meine Blume. Hallo, verbitte ich mir aber diese Unterstellungen. Wenn du in einer Kultur der Wikinger leben würdest, mit wirklichen Mächten, also eher so Sturmheim-Stil, was wärst du? Kriegsfürst, Huhn, Metz und Schamane, Bauer, Jäger oder was wärst du, wenn es alles an Gefahren gäbe, du Ruhm erlangen könntest? Das wäre ja ein ganz anderes Mindset, ja, eine ganz andere Wertevorstellung, Erziehung und Co. Und ich denke, die meisten wären dann einfach Krieger, ja, weil es war ja auch einfach geil, dann zu verrecken. So, es war ja geil, im Krieg so ehrenhaft zu sterben und so. Ja, das war ja cool. Das ist ja, also was heißt cool, das war ja höchste der Gefühle. Das war ehrenhaft, ja, du hast da mit den Göttern gesoffen und so, also, ich glaube, da kommt man generell nicht drumherum, egal, ob man jetzt Runenschmied oder Schamane oder so ist, wenn du Pech hast, greift morgen irgendein anderer Stamm dein Dorf an und dann liegst du im Dreck, ja. Also, mit diesem völlig anderen Mindset, ist es halt schwierig, ne, wenn ich das jetzt mit meinem Wissen von heute kombinieren würde, dann wäre das mit den Runen bestimmt sehr interessant. Da hast du ja auch eine Teilschuld dran, dass das sehr interessant ist, aber vermutlich schön an der Front, ne, und schreit in die Fraser, aber Abfahrt. Mir ist eben vor ein paar Tagen aufgefallen, dass Ner'Zul einen Text hatte, von wegen, was er alles anführt und dass seine Macht sogar in die Schattenlande reicht und somit ist die Verbindung zwischen Legion und Shadowlands auch wieder da, vielleicht auch mehr mit dem Jailer und Legion zusammen, beziehungsweise wie es mit der Schmiede am Anfang aussehen kann, ob wir da noch Rückstände von der Legion sehen. Wir wissen, dass sowohl Frostgraben als auch die Lichtking-Rüstung von den Schreckenslords eben geholt hergestellt, zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, ja, irgendwo ist da eine Schnittstelle und über die erfahren wir hoffentlich auch einiges im Rahmen von Shadowlands, ja, oder im Rahmen unserer Legendary-Item-Fertigung, ja, weil die sollen wir ja auch herstellen, da, wo auch Frostgraben beispielsweise geschaffen wurde. Wir dürfen also sehr gespannt sein, was da auch noch auf uns zukommt. Was hat eine Frau und ein Tornado gemeinsam? Wenn beide kommen, nee, das lese ich nicht weiter. Das will ich gar nicht weiterlesen. Das hat bestimmt dann was mit rumfliegenden Kühen und abgedeckten Dächern und so zu tun. Wir kennen ja diese Winde. Mann, das gibt's doch nicht. Domi, Hallöchen. Hallöchen. Wir beruhigen uns. Ja, es ist wieder mal Igel-Zeit, ne? Oh, 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 wir sind jetzt aber sehr, sehr schnell eskaliert von irgendwie schlechten Witzen aus Witzebüchern von 1980 bis hin zu Sextornado-Witzen-Alarm. Man kennt das auf jeden Fall. Ich habe irgendwie keinen Kristall. Hä? Was passiert denn hier? Was passiert denn hier? Oh mein Gott, ich habe gar keinen Plan. Dieser Kampf ist völlig außer Kontrolle geraten. Die Bossmechaniken werden wahrgenommen, aber irgendwie zu sehr und gleichzeitig überhaupt nicht. und naja, irgendwie funktioniert es ja trotzdem. Bei mir lief gestern The Purge, WoW-Edition. Ich habe mal die ganzen Schrott-Chars gelöscht, die ich seit Jahren nicht mehr angefasst habe. Waren sogar 120er dabei. So im Nachhinein merke ich erstmal, wie unnütz der 90, 100, 110, 120er-Boost für mich ist. Same. Verbindung mit diesen Chars und dadurch auch keine Skrupel. Achso, null Verbindung zu diesen Chars. Ja, keine Skrupel, die zu löschen. Logischerweise dann in der Folge Frühjahrsputz. Auf jeden Fall. Was ich immer als Problem sah, wo ich mich aber dennoch überwunden hatte, viele dieser Chars auf sonst was für Servern. Waren zum einen meine allerersten Let's Play Chars auf YouTube. Vielleicht kennt der ein oder andere noch Huren. Vielleicht kennt der ein oder andere noch Brumpfe und so. Ja, oder Lungenfeuer. Das waren ja so die ersten Chars damals Richtung Katar, Richtung MOP, mit denen ich was gemacht habe. Und da ich die so lange schon spiele und die so lange auch rumstehen, haben die auch ganz, ganz viele arschalte Items auf der Bank gehabt. Ja, so den alten Wappenrock vom Kloster oder die alte Zweihandachs vom Kloster und so ein Kram vor den Überarbeitungen. Und da war ich sehr lange am Hadern mit mir selber. So ein Hin und Her und Hin und Her. Und dann habe ich immer diese Axt angesehen. Dann bin ich mit All the Things da auch noch drüber gegangen. Und dann stand da in Rot, dieses Item ist nicht mehr erhältlich. Und dann dachte ich mir, scheiße, du kannst doch diesen Chars nicht löschen. Das ist ein Relikt. Und dann dachte ich mir, ja, fuck, weil warum eigentlich nicht? Ja, also bin ja jetzt auch nicht jemand oder möchte dann in Zukunft keiner sein, der irgendwie jeden Tag auf Twitter so ein Screenshot von der Axt postet. Und guckt mal hier, aus der guten alten Zeit, Leute. Alle so, ah, geil. Was zum Fick. Und dann dachte ich mir, ja, komm, raus mit die Viecher. Ja, und dann habe ich echt auch aufgeräumt und alles so ein bisschen rausgehauen. Und egal, wie alt jetzt der Chara war, weil wenn du ihn gerade nicht mehr spielst, wenn du keine Lust hast, kein Geld hast, kein was weiß ich nicht, den jetzt auch zu transen oder so, ja, was soll der Kack dann? Weil er jetzt irgendeine schicke Axte auf der Bank hat, ja. Und, so, was soll's? Major Balloon, neun Monate, dankeschön. Danke, danke. Missio und ich sind durch die gleiche Blüte geflutscht. Alter, das muss man auch erstmal schaffen. Das ist Timing. Das ist Timing. Ich habe letztens tatsächlich den Film Robocroc geguckt. Wer möchte mit mir drüber reden? Aber besser als Robococ, Ben. Naja, das kommt drauf an. Das hinterlässt beides, ich sag mal, Spuren auf der Seele, aber schon unterschiedlich. Meine Frage, schafft man Nachtfestungen auf Mythe schon alleine? Also, 95% der Spieler sagen nein. 5% haben wir, die sagen ja. Das sind aber dann auch Treffsicherheitsjäger mit Pre-Pots und allem drum und dran mit GS470 aufwärts. Von denen habe ich bisher gehört, dass die Gul'dan wohl mythisch auch Solo geschafft haben sollen. Aber im Endeffekt wirst du ums Ausprobieren nicht drum herum kommen. Und generell kann man sagen, dass vor allem die Endbosse von Legion Raids, umso höher du gehst im mythischen Bereich, keine Selbstverständlichkeit sind. Ja, die sind ganz im Gegenteil oft sehr herausfordernd bis hin zu nicht machbar. Schwanzbrot, Hallöchen, Nobino, 11 Monate, Dankeschön. Wie geht's hier? Kann ich meckern. Wir brauchen mehr Mad Moments. Ja, sind auch schon hochgeladen. Also, ich habe in der letzten Zeit wieder sehr, sehr viel gecuttet. Und glaube, ich habe jetzt Mad Moments schon hochgeladen bis zum, ich glaube, 25.05. oder so. Also, zumindest der Mai ist abgedeckt. Jetzt müsst ihr als Mad Moment Fans nur noch die Zeit bis dahin überbrücken. Porsche Cayenne, ich bin Mad Moment Fan. Man kennt so diese Zeilen, die einem natürlich sehr früh schon eingetrichtert wurden. Einwandfreiheit. Zum Glück ist nicht unsere halbe Gruppe verreckt oder so. Und jemand muss da kicken, Leute. Ich bin Hexer. Ich kann leider nicht unterbrechen. Dankeschön. Dann können wir auch ein bisschen mit draufzimmern. Oh Gott, das sind schon wieder ganz traurige Bilder, die sich hier bei Imuna ergeben. Eona war so schön und Imuna ist wieder, oh, 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 diese andere Geschichte. Und vielleicht bin ich jetzt der Nächste, der hier runterkracht, wenn wir nicht schnell genug aus dem Sleep rauskommen. Ui, Syphrax, vier Monate. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe noch den Welpen von Onyxia und das Blizzard-Bären-Baby als Item auf der Bank liegen. Als man die noch von Char zu Char schicken muss, genau, um die zu lernen. Die sind auch noch Battle.net gebunden, ne? Da steht da ja auch dran, dass man die eben noch hin und her schicken muss. Ja, auf jeden. Die habe ich auch noch auf der Bank, aber zum Glück auf einigen meiner Horden-Mains auf Ereda. Die lösche ich natürlich jetzt nicht. Ja, also mein Hexer so, mein Blut-Hikar, mein Monk, die werde ich natürlich nicht löschen. Und die haben zum Glück dieses ganze Battle.net gebundene Gelöte oder irgendwelche Event-Wappenröcke und so ein Kram, ne? Das haben die zum Glück auch noch auf der Bank liegen. M.M., nicht viel tun und Damage machen, wie sauer, wenn du dann ein paar gute Procs hast, HCDCs und so, ja. Da kannst du schon gerade mit geilem Gear auch echt gut was überbrücken. Also, absolut. Haben wir vorhin mal das Album von Pater Vortex angehört. Alter, ist das krank. Also, Vortex ist immer nochmal anders krank. Das ist ja nochmal so, ich sag mal, Trailerpark-Konzentrat. Aber da dann auch nochmal eine halbe Stunde mit dem Schniedel drin rumgerührt, ne? Und das dann quasi geäxt, ja. So würde ich quasi Vortex-Musik bezeichnen. Geht schon gut ab, aber du musst dich auch selber komplett vergessen können, um das zu fühlen. Das ist sehr, sehr wichtig. Definitiv. Ist dein Raytrames-Profil öffentlich verfügbar? Ähm. Also, das ist einfach Z-Pearl. Daran habe ich auch gar nichts verstellt oder so. Das Einzige, was ich da gemacht habe, ist, wenn du Z-Pearl offen hast, habe ich diese Gruppen hier runtergezogen. Die anderen fliegen hier noch rum. Damit Chlor und Vito endlich Ruhe geben, Em im Beste. Oha. Hörn dir einen Döner auf meinen Nacken. Mein Lieber, das mache ich sehr, sehr gerne. Daniras, vielen, vielen Dank für deine Donation und deine weisen Worte hier heute. Im Rahmen des Donation-Textes. Vielen, vielen Dank. Also, meine Raytrames, das richtet sich alles für echt nur nach dem Add-on-Set-Pro. Und da habe ich nicht viel weiter gemacht, außer jetzt diese Gruppen eben hier runterzuziehen, die ich brauche. Weil die eben alle hier oben so zusammengequetscht in einer Reihe waren. Und mehr habe ich da tatsächlich nicht groß dran eingestellt. Was man holen kann, ist mein Elf-UI-Profil. Ich glaube, mit Ausrufezeichen Interface kommt man da über unseren Twitch-Chat verlinkt zu vago.io. Da kann man dieses Profil dann runterziehen. Das sind dann hier eben die Map-Einstellungen und hier diese Aktionsleisten, die sich ausblenden, wenn man nicht im Kampf ist und so. Und das kann man sich kopieren. Aber die komplette linke Seite hier, das ist alles Z-Pearl. Und da kann ich, glaube ich, selbst wenn ich wollte, nicht mal das Profil teilen. Ich glaube, die haben die Option gar nicht. Ist aber auch nicht schwer einzustellen, davon abgesehen. Nachtfestung müdisch, mit dem Blutika machbar. Solange Try and Error bis Triline Devastation oft genug braucht. Genau, einfach endlos überleben. Und dann hoffen, dass schön auf Range so ein paar Laser das Übrige machen. Das stimmt wohl, wenn man natürlich mit der richtigen Verderbnis alles kaputt basht. Ja, dann ist das natürlich auch nochmal so ein Faktor, den man dann je nachdem, mit welchem Charme man da reingeht, auch mal mehr, mal weniger mit einberechnen kann. Ja, und dadurch auch nochmal super, super unterschiedliche Erfahrungen zu Tage letztendlich gefördert werden. Das kann man ja, keine Ahnung, überhaupt nicht in der Statistik auch richtig unterbrechen. Ja, zum einen wird jeder Gul'dan dann zum Beispiel anders angehen. Es wird bestimmt auch nicht jeder einen Pot mit reinziehen oder so. Ja, dann werden bestimmt nicht alle dieselbe Verderbnis haben. Und selbst wenn, dann völlig andere Procs. Deswegen, ja, versuchen, bis es klappt. Das kann schon eine gute Option sein, absolut. Also, Arkan ist schon sehr angenehm zu leveln, weil man muss überhaupt nichts machen, ne? Nur Arkan-Geschosse, immer wieder und wieder in Dungeons bist du erster. Im PvE, also normal ist beim Leveln, so beim Quästen fällt alles um, ja. Das ist schon eine ganz coole Geschichte. Freunde, liebe Mönche, haben wir Mönche? Ähm, sagt mir nicht, wir haben keine Mönche. Oh, ich seh keinen. Oh, ne, und ich hab doch ne Mönchhose bekommen. Es ist wieder so typisch, Alter, wie oft ich Loot bekomme, den ich absolut nicht brauche und weitergeben könnte. Und dann haben wir keinen davon in der Gruppe. Meistens mit den Schorken, aber auch echt hin und wieder mit unseren Monks. Echt krass, level grad ein Mönch, Mönch vor allem, ich zeige, Monk und Mönch vermischt. Der Mönch, man kennt ihn, bedrohlich. Level grad einen Mönch plus EP-Bonus, Gier, Dunkelmond, Weisheit, Kriegsmodus und dann auf 50% vom Mönch-Buff. Geht wahnsinnig schnell, absolut. Und das geht ja auch so schon wahnsinnig schnell. Ja, und jetzt diese ganzen EP-Sachen übereinander. Junge, unsere Mechagnome sind gestern, glaube ich, auch, äh, lass mich lügen, 90 geworden, glaube ich. Ja, und das geht so schnell mit den Dungeons, dann sind wir ja eine 5er-Truppe. Ja, also, boah, da ging's ja immer so schon schnell. Ja, wir sind 5 relativ erfahrene Spieler, Tank-Heiler, 3DDs, sofortiger Dungeon-Invite, wir wissen, wo's langgeht, wissen, wie die Bosse funktionieren und so, haben volles Account-Gier, wissen, wie man Schaden macht, wissen, wie man heilt, wissen, wie man tankt. Ja, da sind wir eh schon immer zack durch die Level geflogen, aber jetzt, alter, ist das geisteskrank. Oh mein Gott, Kaladrios, hallöchen, ich brauche jetzt den Gürtel, so, Gnolle, kurz mal gekosplayt hier, einwandfrei, Deskall, schon wieder da, ja, moin. RL hat weniger genervt, als ich dachte, ich hoffe, bei mir ist das morgen auch so. Oh, ich hoffe, ich muss morgen nicht ewig im Büro mitsitzen. Und zu rauchen habe ich auch wieder genug, hab heute Abend noch Raid, mal sehen, ob wir heute Zotti umgeholzt bekommen. Ja, mit Sicherheit, also man muss sich ja staunend umsehen und da ist ja meine, ich sag mal, meine Relation oder meine Wahrnehmung durch die eigenen, ganz guten Raiderfolge unserer Truppe, zum Glück, auch, ich sag mal, sehr voreingenommen, beziehungsweise sehr beeinflusst oder im Rahmen der Gilde verzerrt. Aber es gibt genug Leute, die nach wie vor auch im Hero-Content stecken, ja, und da tryharden müssen quasi und ihre Probleme haben und auch nicht mal vor Zotti stehen. Das war mir gar nicht so bewusst, hab ich letztens mit jemandem geschrieben, bei dem das so war, der einen Tank-Tipp haben wollte für, wie heißt die Olle hier, Vexiona, ja, für die Drachentuse. Oder dachte ich so, hä, wie, mythisch oder was? Ja, so, nee, Hero. Oder dachte ich dann auch, ja, siehst du, wieder was gelernt. So wie wir auch immer noch Leute haben, die die Vision nicht schaffen oder damit eben Probleme haben, ja. Das verschwimmt dann schon so ein bisschen. Deswegen bin ich immer froh, dass mich auch solche Meldungen erreichen, dass man so einen Gesamtblick eben bekommt, der dann einfach, ja, besser ist, weil man mehr, Infos hat. So, ihr Pummler, bin wieder raus, alles Gute euch, bleibt geschmeidig, Ben, bleibt gesund vor allem, ich danke fürs Reinschauen, mach es gut, mach es gut. Was muss ich noch machen für die Mechagnom-Freischaltung? Du musst diesen Erfolg, ich glaube, der heißt die Mechagonische Bedrohung oder so fertig haben, also diese Mechagon-Storyline, die, glaube ich, auch mit dem Dungeon-Besuch endet, kann das sein. Also die musst du entsprechend durchzimmern. Das könnt ihr auch immer überprüfen, wenn ihr in den Hauptstädten zu eurer Botschaft geht. Da stehen die Banner der verbündeten Völker, da könnt ihr jederzeit überprüfen, weil das dann grün abgehakt bzw. markiert ist, was ihr schon habt an Bedingungen, was ihr noch braucht. Und in der Regel bei den Völkern braucht ihr sowohl die Rufstufe als eben auch einen bestimmten Erfolg, der in der Regel das Durchspielen der volksspezifischen Kampagne ist. Bekommen wir Live-Berichte von dem Ausflug ins RL, also da ich da Eye-to-Eye dem Steuerberater gegenüber sitzen werde und wir uns unterhalten, glaube ich, werde ich nicht nebenbei das Handy rausholen und twittern, aber vielleicht tweed ich danach so irgendwie überlebt oder so ein Kram. Das könnte sein, aber Live-Ticker werde ich nicht auf die Beine gestellt bekommen. So sad. In WOD gab es ja diesen Cinematic mit Villain, Irel und Nersul, wo Villain in diesen leeren Strahl geht und sich auflöst. Da ich in WOD das Questen vermieden habe und mich das reichlich verwirrt, frage ich hier mal, wie er das überlebt hat oder ob das eine Art Vergangenheitswillen war. Genau, denn im Add-on WOD sind wir ja nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in eine andere Zeitlinie gereist. Deswegen war das ja so ein geiler Punkt, wo weder Thrall noch Garrosh zum Beispiel geboren war, weswegen der da sehr gut Fuß fassen konnte. Sonst wäre es ja sehr verwirrend geworden, wenn auf einmal ein zweiter Garrosh kommt und meint, hey, wir machen die eiserne Horde, ich bin du aus der Zukunft. Das heißt, im Vorfeld wurde sich quasi schon eine Zeitlinie ausgesucht für diese ganze Aktion von Garrosh und seinen Helferlein, wo eben sehr gute Ausgangsbedingungen herrschen. Deswegen sind wir nicht nur einfach in der Vergangenheit, sondern auch noch in einer anderen Zeitlinie, in einem Multiversum quasi. Und da hatten wir natürlich auch einen anderen Prophet Velen beispielsweise. Und das war auch der, der sich dann da in diesem Strahl geopfert hat, um den Naru quasi zu läutern, während unserer irgendwo am Strand gechillt hat oder so. Ja, deswegen haben wir von nicht allen, aber einigen Charakteren eben auch Versionen. Und ja, die konnten natürlich dann ganz anders mit uns interagieren oder kannten uns gar nicht oder so. Und konnten sich dann opfern oder andersweitig storytechnisch verheizt werden. Einfach, weil das, ja, gar nicht unsere waren in dem Moment. Meine aktuelle Hauptbeschäftigung ist eher das Nachziehen... Hohoho, fuck! Hauptbeschäftigung ist eher das Nachziehen von VZ und Schneider mit alten Rezepten WOD abwärts. Oh, das war auch lange, lange Zeit lang, als ich noch Ali-Main war. Mit meinem Hunter, meine Hauptbeschäftigung, was Lederrezepte anging. Da habe ich jeden Tag das Aha gescannt und war eben in ganz alten Raids unterwegs, ja, so Moltenchor und so ein Geschisse und wo nicht alles Rezepte droppen konnten. Und habe dann versucht, meine Liste zu vervollständigen, einfach weil ich alles vollständig haben wollte, ne. Aber dafür gab es dann irgendwie keine, naja, Anerkennung, keinen Erfolg und ganz so oft sucht auch keiner im Handelschannel jetzt irgendeinen Schmied, der die und die Brustplatte kann. Ja, von fucking Classic oder so, ganz selten mal und dann auch sehr teuer für T-Mock, aber ganz so oft stehe ich auch nicht in der Hauptstadt und warte drauf, dass sich wer meldet. Darum habe ich das dann gelassen, aber ja, ist auch eine schöne Beschäftigung. Ich mache momentan übrigens kleinere Videos, so 5 bis 10 Minuten lang, mit Sachen, die ich betreibe, um so ein bisschen die Flautenphase zu überbrücken. Die werden jetzt auch im Mai nach und nach kommen, ist so eine ganz kleine Reihe mit auch wenigen Videos, ja, wo ich aber so ein paar lukrative Farmspots zeige oder Sachen, die quasi von vielen vergessen werden, ja, oder die einfach schön zu farmen sind jetzt nebenbei, wenn man Stream schaut oder ein bisschen Netflix oder so. Da bin ich momentan am Rumschneiden, am Aufnehmen und am, ja, Rumlaufen und Entdecken quasi in erster Instanz natürlich, bevor ich es aufnehme, muss ich selber erst immer nochmal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Und ja, mit so ein paar Sachen, die ich jetzt quasi nutze, na, in der Flautenphase. Also, Alburia, hallöchen, hallöchen, nice. Irgendwo gibt es eine zweite Sevi, ja, also es gibt bestimmt noch unendlich viele Zeitlinien auch, hoffentlich treffen die nicht aufeinander. Ja, das Schöne ist ja, am Ende T-Morg können wir machen. Ähm, das Ding ist, dass wir im Rahmen der Magar-Freispiel-Reihe, also der Verbündete Volksreihe, wo wir ja die Magar-Orks freispielen, sind wir ja auch mit einem bronzenen Drachen unterwegs und der sagt dann, als wir ein Echo von Garrosh bekämpfen, sagt er eben, ja, also ich weiß nicht, was mit eurer Zeitlinie ist, aber eure Zeitlinie, das ist natürlich zufällig die, die wir auch spielen in WoW schon immer, da ist immer alles nur am Brennen und am Abkacken und am Eskalieren. Und er hat damals gesagt, in den meisten Zeitlinien, und die Bronze Drachen, die überblicken und überwachen ja alles, in den meisten Zeitlinien ist beispielsweise Garrosh Höllschrei einfach zum größten Kriegshäuptling der Horde aufgestiegen. Was das jetzt genau bedeutet und in welcher Form das zu werden ist, das hat er nicht im Detail erklärt, aber, ähm, was wir auch gelernt haben, unsere Zeitlinie ist immer so das Negativbeispiel, ja, also in der Bronze Drachenschule wird unsere Zeitlinie immer für das Drogenopfer so quasi herhalten müssen, ja, und bei uns eskaliert eben immer alles, von daher können wir uns auch durchaus vorstellen, dass in den anderen Zeitlinien alles voll toll läuft, ja, und nur bei uns irgendwie Silvanas, die mit dem Jailer und so weiter und so fort, und die anderen, unsere Parallel-Ichs, ja, die kriegen das alles super gebacken und wir müssen hier wieder irgendwelche Weltraumtitanen bekämpfen, großartig, super Sache, was ist das, kann man das essen? Ich farm gerne alte Dungeons und Raids ab und alles an Rezepten und Stuff wird auf der Lagergilde gebunkert und entsprechend verschickt, ja, ist doch nice, man will ja auch die Vollständigkeit, ne, für mich ist ja auch ein großer Teil von WoW, Sachen vollständig zu bekommen, ja, das ist natürlich nicht bei jedem so, wir haben auch genug Leute, die, wenn sie hier mitkommen, auch in Anturos und eben ihre, oh, 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 ihre Sets langsam voll bekommen, die dann sagen, ja, jetzt hier, äh, die Stiefel brauche ich nicht, noch, ja, wo ich sei, der, aber ohne diese Stiefel gibt es den Erfolg nicht, ohne diese Stiefel, ähm, gibt es irgendwie dann nicht die Möglichkeit, das Set komplett auszuwählen und so, ja, in der Sammlung ist es auch nicht gelb hinterlegt und so ein Kram, gar nicht final, ja, da ist ja auch jeder ein bisschen anders entsprechend. Es gab eine Sichel, das ist sehr, sehr schön, eine leckere blaue Sichel, geht's set zu diesem schönen, schönen Drop, ich hab nur Gold bekommen, so meh, dann haben wir wenigstens noch eine tolle Waffe gezogen am Ende, das ist doch eine super Geschichte und dann gucken wir uns noch ein bisschen T-Mog an, dann machen wir kleine Pause und dann machen wir noch ein paar schöne Runs in unseren lieben BFA-Dungeons. Ja, vielleicht gibt es auch irgendwo eine Zeitlinie, wo Angela Merkel der größte Kriegshäublein der Horde ist, kann sein. Seitdem ich den Survival Hunter spiele, hasse ich die Rollstuhlhaftigkeit des DKs. Ja, ganz schlimm, ihr hattet auch eine Phase, da hab ich super gern DD-DH gespielt und danach war alles so langsam und scheiße, ne, und ich bin so oft an Fallschaden gestorben, weil plötzlich, äh, der Mage keine Flügel hatte. Ich mein, der hat dann langsam Fall, Eisblock und so, klar, aber dann springst du da beim Hochberg runter, das war zu Legion, machst so Doppelsprung und dann fällt dir auf, wait, wait, mein Verlassener ist gar kein Demon Hunter, dann lagst du auch schon im Dreck, ne. Ah, mies, sehr, sehr mies. HiCraft und Chat habt ihr auch heute einen so beschissenen Tag wie ich? Ah, ja, so ein bisschen zumindest, Mahagumir, also kann ich jetzt nicht vergleichend beurteilen, aber ich hab auch mega beschissen geschlafen und so. Pollen kicken könnte geiler sein, könnte aber auch schlimmer sein. Das, das hält mich am Leben. Ali Timogran heute nicht, nein. Warum ist Höllschreien am Ende von dem Raid eigentlich nur bewusstlos und nicht tot? Was ist mit ihm passiert? Habe ich was verpasst? Ja, es gibt ein ganzes Buch dazu, das ist der Übergangsroman von MOP zu WOD, der kriegt den schönen Titel Kriegsverbrechen und das ist ein ganzes Buch, was sich mit der Gerichtsverhandlung von Garrosh beschäftigt, wo Allianz gegen Horde und die Pandaren mittendrin und so weiter und so fort und Furorion und Wernig alles und letztendlich dann der Ausbruch, das Zusammenarbeiten, ja, die Flucht in diese WOD-Zeitlinie. Also da gibt es einen ganzen Roman, der sich tatsächlich damit beschäftigt. Ich müsste mal googeln, ist auch ein unglaublich geiles Artwork, wie Garrosh das steht, ja. Und wer sich dafür im Detail interessiert, dem kann ich dieses Werk auch nur ans Herz legen. Hashtag Werbung geht raus. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken uns ein bisschen Temok an, danach wie gesagt ganz kleine Pause und dann auf jeden Fall einmal Tiefenfuhl, einmal Königsruh, beliebig erweiterbar, je nachdem wie gut schnell wir durchkommen oder eben auch nicht. Ja, jetzt gucken wir aber erstmal schöne Sachen an. Wir haben, wir haben Kartago aus Crafts Army, oh, schön brennend mit vielen Teilen aus Katta, möchte ich meinen. Sehe einiges vom Pally aus den Feuerlanden, sehe einiges vom DK aus dem Pechschwingabstieg und so weiter und so fort. Ich meine auch ein bisschen Votika zu sehen, also viele, viele Sachen durcheinander gemixt, die aber dieses, ich sag mal, feurige Thema entsprechend erfüllen. Dazu ja auch die goldenen Augen. Oh, das ist ja Reiter-Säbel, oder? Der finstere Säbel des Reiters, zeig mal. Jawollo, das ist nämlich der von den Schlotternächten, unsere Event-Waffe, die eine sehr schöne, passend feurige Animation mitbringt. Ohne zu dieses Schuppenschild aus der Drachenseele von den Todesschwingen-Encountern, die wir haben. Beziehungsweise droppt es gar nicht bei ihm selber, glaube ich, ne? Könne auch sein, dass das schon Feuer ist bei diesem Schwarzhorn und bei den anderen Kriegstreibern und Bringern und was nicht alles. Es gibt ja so viele schöne Drachensachen. Ja, cooles Set insgesamt. Schön aufgebrochen, ja, nicht einfach Fullset gegangen. Ich finde, es funktioniert. Das Einzige, was mich hier wie immer stört, ist dieser superbreite Gürtel. Ja, aber gut, da kann auch das zierliche Elfchen an der Stelle natürlich nichts für, wie es dann letztendlich skaliert ist. Farblich thematisch auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Wir haben Tivas in einem schönen alten BC-Kriegerset. Ich wollte die SW-Vision 2Z auf dem Agrarschwert demonstrieren. Man beachte am Klingenansatz den Kristall oder so, der auch noch rötlich ist. Okay, die leeren Schneiden-Illusionen. Kann man, wenn man Glück hat, aus der Kiste der Altstadt ziehen, wenn man die Sturmwind-Vision entsprechend platt macht und hat natürlich als etwas neumodischere Illusionen, wie auch die von dem Shadowlands-Vorbesteller-Set, einen sehr interessanten, neuen und ausfüllenden Aspekt, den das Ding eben mitbringt im Vergleich zu den anderen uns bekannten Illusionen. Sehr interessante Kombi, definitiv. Und wir haben hier eben dieses leeren Verzerrte. Das Feuer ist davon nicht beeinflusst. Und auch der Stein glimmt hier noch so ein ganz kleines bisschen. Man erkennt so das Orange, das Rötliche noch. Wird aber auch vom Hoppala, uah, wo bin ich denn, Mausspasme, vom Lila dominiert. Ja, der ganze Knauf, der ganze Griff, die ganze erste Hälfte. Sehr interessantes Ding auf jeden Fall. Passt feurig, wie es ist, definitiv auch zu diesem Set. Natürlich weniger mit dem Lila, aber das wollte er ja jetzt auch nur demonstrieren, wie er gesagt hat. Insofern auch das natürlich eine fette Kombi. Und diese Sets, ne, reine Nostalgie. Junge, das war ja meine Anfangszeit. Schön. Wir haben Shadowrin am Start. Oh, grüne Augen, dunkle Haare. Ach, da bin ich wieder neidisch. Das ist die Mage Tower Sense von unseren Dotlogs. Dazu noch hier, es gab anscheinend Bohneneintopf zum Mittag. Die brennenden Pfade. Nochmal grüner, die mythischen Schultern aus der Schwarzwäldsgießerei. Guldan-mäßig angelehnt. Und so eine schöne Legion-Robe hier mit diesen Beobachteraugen. Die wir einmal hier oben und einmal hier unten beispielsweise haben. Sehr, sehr schöne Übergänge. Sehr viel, sehr interessante Grüntöne auf jeden Fall. Alles aber sehr passend. Sehr nah an der Fellenergie. Sehr schön passend auch zu den grünen Augen unserer Blutelfen. Generell nice, dieses Augenthema, was wir ja sogar in der Waffe stellenweise haben. Ja, über dieses Schädelfragment. Ey, du musst auch erstmal ne Waffe kreieren, wo ein Dämonenschädel ne Klinge kotzt, oder? Wie kommt man auf sowas? Mega geil. Sehr, sehr schöne Kombi. Sehr, sehr schöne Kombi. Wir haben Babydoll. Als Vulperer Magier. Sehr, sehr trendy. Sehr asiatisch. Don Schobe. Hallöchen. Und dazu unseren Hidden Skin. Unseren Stab des Volumanten. Sehr, sehr geile Erhaltung. Übrigens, wer den noch nicht hat als Magier, der sollte diese, ich möchte fast sagen, Questreihe. Diese Eventreihe. Die sollte man sich dringend dann mal ansehen. Wirklich ganz, ganz schön gemacht. Und dazu, Sony, möchte mein rein asiatisch MOP angehauchtes Set, ja, mit so einem schönen breiten Hut. Alles farblich thematisch passend. Der ist aufgrund des Skins natürlich Arcan. Deswegen auch hier eine sehr schöne Kombi von diesen eher Arcanen, lilanen Tönen. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Und auch wenn man kein Vulperer Fan ist, muss man sagen, dass hier farblich thematisch schon eine ganze, ganze Menge zusammenpasst. Ich wusste nicht, dass du auch streamst. Schau nur deine YouTube-Videos. Ja, huhu, schön, dass du deinen Weg gefunden hast. Das finde ich aber immer sehr interessant. Regelmäßig lade ich auch Stream-Mitschnitte hoch. Da hat mir letztens auch jemand gesagt, ich habe es heute auch mal geschafft. Denn ich schaue dich schon seit zwei Jahren. Und gestern ist mir aufgefallen, dass du regelmäßig Livestream-Mitschnitte hochlädst. Und da dachte ich mir, ich gucke mal vorbei. Finde ich immer ganz witzig. Schön, dass du da bist. Wir haben Shia Poof am Stizzle. Poof, Poof. Mit schönen, brennenden, grünen Augen. Mit einem eher, ich möchte sagen, unauffälligem Set. Wir haben viele graue, also generell viele dunkle Töne. Ja, das Ganze umrahmt hier von entsprechenden grauen Elementen. Und dazu diese blauen Schwerter. Ich will mal Dolche sagen. Aber es sind tatsächlich blau leuchtende Schwerter. Diese natürlich aus der Höllenfeuer-Zitadelle. Das Einzige, was man hier überlegen könnte, ob man hier noch so irgendwie diesen Kaskadenblick oder den verfluchten Blick des Ageras von Illidan prominenterweise eben mockt als schwarze Augenbinde. Dass eben diese grünen Teufelseinflüsse noch so ein bisschen rausfallen, damit dieses Blau dominiert. Denn wir sehen diese blauen Aspekte, die haben wir hier auch überall in dem Set versteckt. Deswegen ist das Grün vielleicht ein bisschen störend. Aber auch nicht so sehr, dass man da jetzt sagen müsste, ganze Set ist kacke, ne? Ich mag Augenbinden nicht. So, und das ist ja auch dein gutes Recht. Und auch das funktioniert so natürlich sehr, sehr gut. Die Schuhe stören euch. Die Schuhe sind halt an sich einfach sehr, sehr hässlich. Die sind einfach hässlich. Aber ich finde, sie passen jetzt farblich auf jeden Fall zum Set. Wobei gerade diese 10 Elemente hier vorne, ich sag mal, zahlreiche Fragen aufwerfen. Auf jeden Fall, Freunde. Schneidet regelmäßig eure 10 E. Und Polias ist auch dabei. Mensch, mit seinem Stummelschwänzchen. Finde ich super. Wir haben Utarian am Start. Ja, rote Mähne, goldene Augen, roter Hidden Skin von unserem Aschenbringer. Die Schultern dürften vom Todesritter sein. Und dann auch hier wieder eine Menge MOP. Ich glaube, das war noch, bevor wir die ersten MOP-Raid-T-Sets hatten. Da hatten wir dann diese Sachen im Mogu-Shan-Gewölbe und so weiter bekommen. Sehr, sehr stylische, auch sehr detaillierte Elemente, die ja auch so ein bisschen mit diesem Mogu-Aspekt, mit der Kriegskunst und so weiter spielen. Von unserem, naja, eher kriegerischen Volk natürlich. Und ich finde, das funktioniert farblich thematisch sehr gut. Sowohl mit der Waffe, als auch mit den Schultern, als auch mit der generellen Elfenaufmachung. Ja, rotes Haar, goldene Augen. Das spiegelt sich eben farblich im gesamten Setflow wieder. Und das ist sehr angenehm. Wir haben Kätzchen mit, mach kein Auge, Habibo, was los? Nice, mit einem, ah, sehr schönen DH-Set. Ich finde diese Klingen, muss ich sagen, geiler, wenn sie auf dem Rücken sind, als wenn sie gezogen sind. Es sind sehr, sehr coole Elemente, ja, mit diesem Schädel, mit diesem Flügel-Element hier. Aber wenn die auf dem Rücken sind, dann wirken die echt nochmal wie so ausgebreitete Flügel. Ja, gut, das ist jetzt nicht so überraschend oder besonders am DH, aber hier im Rahmen dieser Waffentypen finde ich sehr, sehr cool, das Ganze ergänzt mit einigen verdorbenen Teilen vom Mönch. Das erkennen wir hier an diesen runden, schießwehrenartigen Sachen, ja, die wir natürlich kennen. Ich meine aus der Höllenfeuer-Zitadelle. Hier ist so ein bisschen auch was Modernes, BFA-mäßig, verknochen Richtung Daza-Alor und so weiter. Und ansonsten wirklich das Farbschema gräulich, unauffällig, ein bisschen verdorben, ein bisschen grünlich gehalten, auch oben eine Augenbinde mitgenommen, wo aber auch so ein bisschen die Augen eben durchglimmen. Ja, und dazu diese Waffenwahl. Sehr, sehr schöne Kombi auf jeden Fall. Auffällig, unauffällig. Ja, bei den Stiefeln hat Lausbub recht, diese dicken Stiefel bei Blutelfinnen, da ist leider immer das Problem, dass natürlich geil ist, so fette Stiefel. Gerade auch beim Paladin, beim Krieger, bei Plattenträgern, beim Todesritter. Ja, nur bei den zierlichen Völkern, da sieht es dann immer so aus, als würden die da dreimal reinpassen. Das ist problematisch, ja, das ist problematisch, aber wenn wir da drüber hinwegsehen und vor allem auf die Farbe und so weiter gucken, ist das eine sehr geile Kombi. Johnny, sieben Monate, weiter so mein Besser. Ich werde es versuchen, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Wir haben Sturmlied. Ja, zum Glück nicht Sturmglied, sonst wäre das hier wieder völlig eskaliert. In einer auch sehr schönen Pally-Variante. Die Verderbnis wollen wir an der Stelle mal nicht weiter beachten. Das dürfte das mythische Set aus der Schwarzwäldsgießerei sein. Dazu diese Sommerkrone von unserem Sonnenwendfest. Als heilige Ergänzung, ja, als das i-Tüpfelchen beim Pally. Goldene Augen dazu. Einen wunderbaren lila Naru-Hammer. Sehr, sehr geile Kombi. Und alles eben so kristallin. Ja, auch sehr passend am Drehnach wieder hier. So lila Exodar-Style. Der Hammer, natürlich wissen wir ganz genau. Müssen wir nur an den Burning Crusade-Cinematic denken. Der Wappenrock, der passt natürlich schon. Das ist ja auch wieder so eine Agentum-Geschichte. Ja, das ist normal. Ich dachte, das bewegt sich. Echt? Ich hätte schwören können, es hat sich gerade bewegt. Deswegen war ich sofort bei mythisch. Gottes Willen, wenn ich da durcheinander gekommen bin, dann natürlich sorry. Der Wappenrock, der passt natürlich farblich nicht. Aber thematisch funktioniert da auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge. Ja, die aufgehende Sonne, das Lichtagentum und so. Das wissen wir natürlich absolut. Und das macht es aus. Das bewegt sich doch. Wait, jetzt bin ich aber richtig verwirrt. Bewegt sich das Normal-Set auch? Das ist dann der really new shit, Alter. Der new shit, ne? Und der Wappenrock dazu. Leckere Sache. Altonas, 20 Monate ohne Hansarus mit Elvin hinterher. Ich danke euch. Danke, danke für euren Support. Gab es eine Änderung beim Unholy-DK? Ich habe dreimal den Magus der Toten geskillt, aber es wird immer nur einer beschworen. Ja, es wird auch nur einer beschworen. Deus Vot hat sich. Aber der wird verstärkt jedes Mal. Also die Schattenblitze von dem knallen dann quasi dreifach. Aber du beschwörst nicht mehrere dadurch, tatsächlich. Aber der eine, der knallt mehr. Das war meines Wissens nach schon immer so. Die Zeit, wo sich das Designerteam sogar noch Mühe beim Normal-Set gegeben hat. Ja, krass. Ich habe gerade echt nur geguckt, es bewegt sich. Es ist mythisch. Fuck. Krass. Ja, Dankeschön dann für die Korrektur. Wir haben Drenn am Stizzle mit dem Kampfgeist. Ey, dieses Pad ist auch arschalt. Wann gab es das? Irgendein Olympia-Event oder so. Kann das sein? Holy fuck. Das ist auch richtig lange her. Passend natürlich zu seiner brennenden Waffe. Da sind wir auch BC und diesem schönen Wappenrock. Illidari-Style. Und er hat hier so ein bisschen versucht, dieses eindgebundenen Set. Entsprechend Olympia in China. Krass. Ähm, dieses eindgebundenen Set aufzubrechen. Ja, was natürlich sehr hordisch, sehr BFA-lastig ist. Sehr orkisch auch letztendlich. Und hat versucht, diese Rot- und Metalltöne so ein bisschen durch das Grün eben aufzubrechen. Dazu auch das passende Pad. Ja, das macht dasselbe. Nur weniger mit Wappenröcken als vielmehr mit seinen leuchtenden Augen. Und auch das funktioniert. Finde ich sehr interessant. Also die Farben bedingen sich jetzt nicht übermäßig gut. Aber es wirkt eben sehr aufbrechend. Bisschen verdorben. Ja, und nicht nur so standard altgebundener Ork. Obwohl auch das ganz gut funktioniert. Ist aber hier in dem Fall ein bisschen spezieller. Und geht in meinen Augen auch vor allem mit dem Kampfgeist dazu. Wir haben Naxi mit einer, ah, schönen Runenklinge. Die ist, glaube ich, damals in, in, jetzt ist sie weg. Sie ist verschwunden. In den Kisten, der gar nicht Sohn gab. In der Wiederverwertung. Da konnte man auch teilweise so schöne Schwerter eben rausbekommen. Sehr detailliert sehen wir jetzt durch die Verderbnis ein bisschen weniger. Aber hier auch solche Rosen, ja, Totenschädel und Co. Wir sehen auch diese Ranken der Rose, die sich hier durch diesen Schädel so ein bisschen bahnt. Ziemlich geil. Als Verfall-Element haben wir ja auch entsprechende Stäbe. Des Öfteren gesehen. Sehr viel Verderbnis hat er auch dabei. Ansonsten schwarzes Fell, leuchtende Augen, Standard-Archorus-Ritter-Set. Ja, ich glaube, die Handschuhe ein bisschen gepimpt, dass es etwas fetter wirkt. Gerade am Tauchen und dazu so eine fette, leuchtende Klinge. Jetzt musst du nur noch Blutika sein. Und du bist Blutika, deswegen funktioniert diese Blutsauger-Illusion ist das, glaube ich. Das ist Klingenbarriere. Es ist der Blutsauger, jawohl. Funktioniert da sehr, sehr gut. Und wir haben als Finale, haben wir Bullfried dabei. Karpfen, alles klar. Grüße gehen raus an deinen Fisch in seiner ganz eigenen Twitter-Bubble. Der miese Hohn. Tagchen in einer brennenden Tauchen-Variante. Und da ist auch eine ganze Menge mit dabei. Hör mal, jawohl. Der Salut des Champions. Unser schönes Aschkandi hier ausgepackt. Dazu die brennenden Hörner aus dem In-Game-Shop. Wir haben ein heroisches Feuerland-Set vom Krieger. Wir haben ein heroisches Kriegerset aus der Drachenseele. Wir haben viele Sachen entsprechend auch kombiniert. Ich möchte mal einen Jenseits. Sehr klasse, jawohl. Wir sind nämlich beim Palau und es wurde eben geschaut, dass diese feurigen Töne, dieses Rote, dieses Orangene, dieses Gelbe, dieses Brände eben überall kombinatorisch wirken kann. Und das ist ja definitiv der Fall mit vielen verschiedenen Sets. Ja, auch jenseits der eigenen Klasse. Und das finde ich auf jeden Fall klasse. Boah, nice. Oder 10 von 10 für den Abschluss. Gut, liebe Leute, liebe Liebenden, liebe Liebenden, ich danke euch fürs Zeigen, danke euch fürs Mitkommen. Hier sind einige Schafe, glaube ich, waren das, oder? Kommen da Schafe raus? Nee, da kommt gar nichts raus. Ich dachte, es war so eine Schafsbombe, die man immer aus dem Blinktron zieht. Dann gibt es eben noch ein bisschen Feuerwerk. Die Schafe sind leider ausgestorben. Die wurden auch zu sehr geliebt von ihren Schäfern und deswegen mussten die leider eingeschäfert werden. Sehr traurig. Ich danke euch fürs Dabeisein. Sehr schöner Run. Sense gab es auch. Super. Super Sache. Die Waffe passt wunderbar zum Herz der Angstset. Absolut. Gerade die MOP-Sets, die sind ja so nice, auch wenn man nur einzelne Teile nimmt. Ich erinnere mich da an dieses fuchsige Schorkenset. Ja, allein dieser leuchtende Gürtel mit diesem Fuchskopf als Gürtelschnalle. Da sind echt geile Teile dabei. 10 von 10. Wieder was, das ich in meine Twitter-Bio schreiben kann. Super. Kraft darf nie Sprengstoff in die Hände bekommen. Ja, dann lieber Schafe, Dream. Lieber Schafe. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen eine ganz kleine Pause von wenigen Minutas und hören uns dann gleich wieder zu einer Runde Tiefenfuhl und einer Runde Königsruhe. Beides erstmal auf Hordenseite, weil wir wie gesagt gucken müssen, wie wir generell durchkommen, wie wir es schaffen und ob da noch Spielraum ist, irgendwie mehr zu machen oder auch nicht. Und da würde ich gerne ohne große Experimente mit meinen Mains dann auf Hordenseite eben, ja, jene zur Verfügung stellen. Gut. Von daher, kurz Füße hoch, kurz durchatmen, Wasser holen oder Wasser lassen und dann sehen wir uns gleich in ein paar Minütchen hier wieder mit schönen, schönen Runs. Und in diesem Sinne, bis gleich. Ja, gekostet. Gute Zeit. Ja, gute Zeit. N22, Hallöchen. Wir wollen heute eine schöne Runde Tiefenfuhl drehen und im Anschluss eine schöne Königsruhe drehen. Also eine schöne Runde. Wir drehen die nicht einfach im Kreis, sondern wir drehen natürlich die Runde. Ich werde mit meinem Blutäuter mitkommen, damit ich auch ein bisschen was aushalte. Damit ich vielleicht hier und da auch so statt nur einer, anderthalb Gruppen pullen kann. Und dann schauen wir mal, wie hier die ersten Runden laufen. Wir werden jeweils eigenständige Gruppen machen. Ja, das heißt, wir machen jetzt nicht eine Gruppe und laufen beides, sondern wir machen jeweils neue Gruppen, damit sich das auch alles mischen kann. Und manche brauchen ja auch nur noch Tiefenfuhl und andere wieder nur noch Königsruhe und wieder andere brauchen Freihafen, aber die beißen dann leider in den sauersten Apfel von allen heute. Ich muss nur mal gucken, wie das mit den IDs aussieht. Und das sieht ganz gut aus bei Blutäuter. Guckt mal, ich habe fleißig Inseln gemacht hier. Seht ihr die ganzen Häkchen? Ah, toll. Junge, das Inselgold, da kommt es, wenn es mal so wäre. Man verkauft ja gar nichts aktuell. Wenn du nicht das beste Slutmog der Welt irgendwie ins Aha stellst, auf dem RP-Server oder so, dann kannst du es komplett vergessen. Über was habt ihr so gesprochen? Über Musik in Game. Also für mich ist es immer noch mal was anderes. Ja, also die Musik, das ist so, man muss sich dann drauf einlassen, auf das Game. Musik gehört schon dazu, nützt sie aber nichts, wenn du nebenbei ein Stream offen hast, eine Serie im Discord brabbelst oder wie auch immer. Aber das ist schon ein anderes Spielen von WoW nochmal. Da kann man das ganze Game, meiner Meinung nach, neu entdecken. Ja, wenn man sich mit der Story beschäftigt hat und plötzlich weiß, gegen wen man, für wen man, mit wem man, warum man kämpft und so, ja. Oder auch mit der Musik, was ganz anderes, ja. Und das, ja, muss man sich halt überlegen, ob man das gerne mal machen möchte, ja. Weil meistens hängt man da doch irgendwo nebenbei drin. Ich mache das ja auch nicht anders. Ja, mir fällt es mittlerweile sogar sehr, sehr schwer, mich wirklich auf ein Game zu konzentrieren. Ja, es war damals für mich sehr schwer, einfach nur Witcher zu spielen. Einfach nur Witcher zu genießen, ohne jetzt nebenbei zu sagen, oh, noch eine Serie an und auf Twitter abhängen und einen Streamen. Und bei Bioshock damals dasselbe, bei Life is Strange dasselbe. Aber es lohnt sich schon, ja. Nicht nur bei solchen, in meinen Augen, megakrassen Games und teilweise Meilenstein, sondern auch so, weil man ganz viel Atmosphärisches mitbekommt und so ein Game dann eben wirklich nicht nur Unterhaltung nebenbei ist, sondern ein Erlebnis. Ja, und das finde ich sehr, sehr krass und sehr schade, dass wir uns das alle aufgrund unseres Dauerkonsums irgendwie so ein bisschen kaputt machen. Da nehme ich mich, by the way, nicht aus. Vielmehr kotzt es mich bei mir selber am meisten an. Sad life. Sad life. Traurig ist, dass meine zweite Bartagame Corin jetzt die ganze Zeit nach Robin sucht und sie nicht findet. Quiekt sie so traurig. Oh nein. Und dann geht sie in ihre kleine Höhle zurück. Mir ist zwar die Hand und der Reifen am Auto, zwar ärgerlich, aber der andere ist, der Anblick von Corin ist echt herzzerbrechend. Oh, da leidet man immer doppelt, ne? Da leidet man doppelt. Oh nein. Ganz, ganz viel Liebe und ganz viel Kraft für dich und Corin an der Stelle, auf das auch wieder schönere und bessere Tage möglichst zeitnah anbrechen werden. Aber das bricht einem echt doppelt und reifert das Herz. Ach Mann. Wobei ich muss zugeben, ich finde das eigentlich schade. Der Soundtrack in WoW ist oft halt mega nice und untermauert die Stimmung in diversen Zonen. Genau das meine ich ja auch. Ja, das ist so ein völlig anderes, natürlich nicht komplett und vor allem auch nicht in der Basis, aber das ist so ein völlig, völlig anderes Game dann plötzlich hast. Ein völlig anderes Erlebnis, wie ich es eben, eben formuliert habe. Ja, eben, eben. Gut, Freunde. Gruppelol, wer mitkommen möchte, der kann das sehr gerne tun. Wir laufen jetzt eine Runde Tiefenfuhl. Bitte ein bisschen Gier mitbringen, Server übergreifen. Und dann, ja, rödeln wir hier einmal durch. Vielleicht hier heute der Mount Drop, wenn schon nicht in Antorus und dann geht es auch schon in die Königsruhe. Drück doch mal die Taste über dein Mausrad und renn doch mal Tiefenfuhl mit voller DPI. Nein, das wollen wir alle nicht. Müsst ihr kotzen, ich muss kotzen, dann kotzen wir gegenseitig auf unsere Kotze und das ist vielleicht zumindest heute noch nicht das Ziel. Mal abwarten, je nachdem wie der Run wird. Alter, wie schnell wart ihr denn jetzt? Holy fuck. Je nachdem wie der Run wird, kann ich mir das ja auch nochmal anders überlegen. Okay, dann haben wir unsere Gruppe für heute schon mal wieder voll. Da müssen wir noch einige umspecken, inklusive mir, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann gehen wir unsere erste, erste Runde. Craft of Crack auf jeden Fall. Wann Beta, TV, Dings, Emotes? Ja, Lausenbue, wie gesagt, wenn du mir irgendeinen Quick Guide schickst oder so, also hast du ja, fuck, muss ich reingucken. Shit, Lausenbue, du hast ja letztes Ei geschickt. Warte, ich schreibe mir das mal eben auf. Ähm, dann mache ich es vielleicht, vielleicht nicht heute, aber morgen, morgen nach dem Steuerdings, da habe ich bestimmt ein bisschen Luft für die Lustre Spiele rein. Pass auf, ich schreibe mir auf, Lausbue, äh, Fußguide. So, dann weiß ich Bescheid. Fuck, hast du ja schon gemacht, Mann. Jetzt wollte ich das als Ausrede benutzen. Und dann kommt der Lausbue und hat das einfach schon im Vorfeld gemacht. Alter, da kriege ich so einen Hals, echt. Ja, gucke ich mir mal an. Gucke ich mir an. Ist bei mir genau andersherum. Ich kann allerhöchstens Musik ertragen. Ein Stream oder so im Hintergrund geht, wenn man irgendwelchen Levelkram oder so macht und Serien oder Filme, wo man den Inhalt mitbekommt. Ähm, kann ich gar nicht, ja, siehste. Dankeschön für die Rune. Da ist halt auch jeder anders, ja. Das ist ja auch ganz gut so. Sonst würde nämlich keiner mehr irgendwas raffen und mitbekommen. Aber, äh, ja, davon eben abgesehen, ja, sollte man sich manchmal auch die Zeit nehmen, alles eben so zu genießen, wie die, ähm, wie die Entwickler das natürlich auch vorgesehen haben. Einfach, weil man dann ein ganz anderes Game-Erlebnis auch wahrnimmt, ja. Streams und Games nebenbei ist schwierig. Kommt aufs Game an. Zum Beispiel könnte ich jetzt nicht Dragon Quest spielen, weil es die Atmosphäre killen würde. Absolut, meiner Meinung nach. Auch einen Shooter könnte ich nicht spielen, weil ich den Sound hören muss, wo die Gegner sind. Genau, so die Steps und so weiter, ne, oder auch Overwatch hab ich einmal probiert und hab dann eben nicht gehört, äh, als Junkrat seine Ult gezündet hat und alle sind so irgendwie vom Punkt weg, ne. Und ich dachte so, okay, äh, die haben jetzt einen coolen, coolen, super Big Play vor. Ja, und ich stand dann da als Tank auf dem Punkt und dann kam der Reifen komplett in meine Fresse geflogen und ich dachte so, ah, ah, ja. Ah, ja, deswegen sind die abgehauen. Also, dementsprechend, ja, ist das immer sehr, sehr unterschiedlich und da muss sich auch jeder anders dran gewöhnen. Ist bestimmt auch nochmal anders, wenn du es jetzt den ganzen Tag spielst, ja, oder so. Dann hast du bestimmt auch Phasen, wo du sagst, Mensch, ich hab jetzt den ganzen Tag gerankt, jetzt einfach auf entspannt so ein bisschen Schnellsuche, ein bisschen Quick Play, ja, und da höre ich auf gar nichts und mute meine Teammates und will ein bisschen heilen, rumschuten oder so. Ja, da ist ja auch dann in der Ausführung, nicht mal nur in der vorherigen Planung oder in der generellen, was weiß ich, Hörnstruktur, wie man jetzt Sachen aufnehmen kann oder auch nicht, ist ja jeder anders, sondern auch die Ausführung sieht ja dann bei jedem ein bisschen anders aus. Der Guide ist sogar nur 15 Sekunden lang, das ist sehr schön. Siehst du, dann werde ich versuchen, das morgen direkt zu machen. Heute muss ich nach dem Stream nämlich auch noch ein paar Sachen ausdrucken und, äh, gut, ich könnte das, nein, nee, nee, ich mach das einfach morgen, sonst schludere ich alles durcheinander und dann erzähle ich, erzähle ich meinem Steuerberater morgen irgendwas von Lausbub und seinen illustren E-Mails und so. Jo, wir haben keinen Schorken, das bedeutet, wir können nicht skippen. Das bedeutet wiederum, wir müssen hier ein paar Teile entsprechend mitnehmen und sind dann auch schon wieder, ich glaube, bei der Hälfte, ne? Ich würde sagen, die Hälfte vom Tiefenfuhl ist genau hinter diesem Krok und dann kommt der andere Mist, der einem manchmal noch länger vorkommt, ja, aber eigentlich gar nicht länger ist. Also mir kommt der zweite Teil, die zweite Hälfte im Tiefenfuhl zumindest immer länger vor, einfach weil wir da sehr, sehr oft Trash-Probleme haben und nochmal zurückrennen dürfen oder weil man noch einen Obelisten eben machen muss oder weil man gerade nicht kicken kann und dann man keinen Schaden macht oder die Mobs noch einen Mob dazu beschwören, diese Totenbeschwörer halt, wer hätte es gedacht? und das streckt manchmal den Dungeon irgendwie so, so seltsam, ja, dass man sich auch denkt, Bruder, muss das so sein? Also beim WoW-Zocken kann ich mir meistens unabhängig vom Content irgendwas anmachen und würde bei beiden alles mitbekommen. Ja, bei mir auch so. Aber wenn ich irgendein anderes Spiel, Singleplayer, anmache, darf nichts anderes an sein oder ich verliere die Lust an beiden. Genauso ist es bei mir dann auch oder schlimmer noch, ich bewerte eins von beiden dann anders oder schlechter, ja, weil man dann nur die Hälfte mitbekommt und dann ist die Story vom Spiel auf einmal kacke oder von der Serie oder so und das ist auch immer ganz große Angst von mir, dass man aufgrund dieses Multikonsums, gibt es das überhaupt, die Formulierung, wenn nicht, habe ich sie jetzt frei erfunden, dass man da dann halt nur noch die Hälfte von allem rafft, ja, durchaus Spaß dran haben kann, aber die Wahrnehmung halt ganz, ganz anders ist, ja, und das ist natürlich schade. Schmäke, hi, hab mal versucht mit einem Kumpel zu zocken, der keinen Sound hatte, naja, am Ende wurden wir so eingerankt, dass wir über 1K auseinander waren und wir nicht mehr zusammen zocken konnten, also Overwatch, ja, also gerade bei Shootern, klar, das ist ja so ein Unterschied, wenn du die Schritte hörst, wenn du dann vielleicht so krass bist, dass du die Schritte unterscheiden kannst, jetzt irgendwie dann weißt, ja, das ist jetzt kein Roadhog, das ist ein Hanso oder was weiß ich nicht und dann weißt du genau, ob der jetzt im Highground kommt oder ob der dich von vorne einfach ranhuckt oder wie auch immer, da sind ja, da kann man jetzt ja stundenlang weiterlabern, das sind ja so viele Prozesse, die da mit reinspielen, so viele Möglichkeiten, das ist halt komplett krank, ja. Das ist ja auch mal ein Weg, jemanden als dumm zu bezeichnen, ihre Gehirnstruktur ist nicht ausreichend dafür. Ja, das Geile ist, wenn der Gegenüber dann wirklich dumm genug ist, dann rafft er ja auch gar nicht, was du eigentlich sagen willst, ne. Klare Sache. Was kommt dir sonst noch länger vor, soll ich dich von Dream fragen? Leider nichts, Chloa, Mann. Leider nichts weiter. So mad. So mad. Einmal sneeze. Zwei Monate. Dankeschön. Gerade Herzopie überstanden. Ja, da ist er. Da ist er. Super. Und auch gleich gemeldet hier. Einwandfrei. Das freut mich sehr. Schön, dass du Bescheid gesagt hast. Danke, danke. Habe ich gestern Abend tatsächlich noch dran gedacht. Oder Daumen gedrückt. Schön, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und auch, dass auch jetzt der weitere Genesungswege ein sehr, sehr leichter wird. Ja, nicht steinig und schwer, sondern ein leichter. Nice. Ausdrucken. Oh Gott, wenn ich nur an Drucker und Scanner denke. Die Dinger hassen mich immer. Egal, wie alt oder neu die Scheißdinger rum, oder wie, ja, die Scheißdinger halt sind. Die machen einen auf Löll drucken. Kannst knicken, Bitch. Aber gib dir meinen neuen Dubstep-Song. Ja, ich sing dir ein Lied meines Volkes. Ja, und dann einmal bitte Patronen wechseln, obwohl sie neu sind. In letzter Zeit habe ich sehr viel Glück. Bin auch einmal sehr hart aufs Maul geflogen, was Drucken angeht. Weil ich mir dachte, naja, druckst du halt morgen früh alles aus. Ja, und dann standst du da. Druckpatronen leer und so. Da musste dann meinen Vater anrufen, dass der mir das ausdruckt. Mir das dann vor der Arbeit noch irgendwie in den Briefkasten wirft und so. Und boah, das ist immer so ein richtiger Panikmoment gewesen. Weiß gar nicht mehr, wo das war. In der Berufsschule, wo ich irgendwas abgeben musste. Irgendeine Erklärung oder so, kein Plan, dass wir online ausdrucken mussten, Formular. Und vor allem, wenn ich drauf verlässe, dann geht es einfach nicht. Das kann ich auch sehr, sehr gut mit Druckern. Aber mittlerweile habe ich vorgesorgt, habe drei Ersatzdrucker im Keller. Nein, habe immer ausreichend Patronen, immer ausreichend Papier am Start. Und seitdem läuft das ganz gut, muss ich sagen. Funktionieren wir beide quasi, was das Drucken angeht. Nur mal eine Frage, ist Mönch eigentlich schwer zu heilen? Nicht schwerer oder einfacher als andere Heiler, wenn du dich mit ihm auseinandergesetzt hast, möchte ich sagen. Und an sich auch ein sehr guter Heiler. Ja, sehr mobil. Schwer würde ich nicht sagen. Ja, also keine Klasse, kein Speck ist wirklich schwer. Die sind alle leicht zu lernen und schwer zu meistern. Und umso mehr du dich eben damit auseinandersetzt, umso einfacher sollte dir das mit der Zeit eben auch fallen. Ich habe zum Beispiel vor gar nicht allzu langer Zeit ein sehr, sehr krasses Heilmönch-PVP-Replay vom guten Pilgur kommentiert. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das solltest du dir zur Motivation auf jeden Fall mal reinziehen. Weil dieser gute Mann ist auf jeden Fall unsterblich. Ist so eine Art Heiliger. Oder eine Art Nebliger, wenn wir über die Mönche reden. Freunde, danke fürs Mitkommen. Sehr entspannter Run auf jeden Fall gewesen. Ich mache mich auf den Weg zur Kicke Königsruhe. Und dann machen wir da die nächste Gruppe auf und unseren ersten Kings-Rest-Run an dieser Stelle. Und sind natürlich sehr gespannt, wie der laufen wird. Und ob was droppt oder nicht. Und Gnoll ist auch da. Das frage ich mich auch schon seit langem. Es gibt künstliche Intelligenz. Autos können selbst fahren, aber drucken funktioniert einfach nicht. Die Drucker sind so schlau. Die haben halt einfach keinen Bock zu arbeiten. Was willst du machen? Ihn kaputthauen? Ja, im Zweifelsfall vermutlich schon. Aber ist natürlich dann auch nicht die beste Lösung. Drucker sind immer Huso. Drucker wissen, wenn es wichtig ist und streiken. Ja, die wissen, wo es wehtut. Da ist die KI schon zu weit gegangen. Ja, die setzt sich für ihre eigenen Prinzipien und ihr Druckerfolg und so weiter ein. Und üben dann Druck auf die Druckpunkte aus. Und all solche Geschichten. Pigors Replay war sick. Meine Kinnlade ist immer noch etwas un... Er war halt in ca. 30 Situationen, von denen er 40 nicht hätte überleben dürfen. Und er hat sie alle gemeistert. Junge, was zum Fick. Was zum Fick. Die Schritte sind in Overwatch ja nicht das Problem, sondern die One-Hit-Ultis. Es kommt erschwerend hinzu. Wobei das ja auch wiederum zusammenhängen kann. Königsruhe, liebe Leute, Gruppe LOL. Wer mitkommen möchte, LOHL, kann das gleich gerne tun. Wieder Server übergreifen, ein bisschen Gear mitbringen und ganz aufentspannt einmal hier durch. Pilkor ist halt einfach ein krasser. Ja, also ich finde es halt enorm, auch gerade jetzt durch diese ganze, ich sag mal, M-Plus-Zeit. Durch das, was wir in Legion quasi auch mitbekommen haben. Durch das, was wir durch, naja, M-Plus eben. Ja, oder auch durch Mage Tower und so mitbekommen haben. Dass all das dazu beigetragen hat, dass unsere Heiler auch einfach mehr auf die Fresse geben können. Ich hab jetzt die Tage zum Beispiel, ähm, hab ich kommentiert, plus 22 Freihafen in-Time. Wieder aus Sicht dieses überkrassen Dudu-Hields, ja, von dem ich ja einige Replays auch schon gemacht habe. Mit Toll, Dagor und Co. Alles so in-Time im 20er-Bereich. Und wie die Heiler wirklich abgehen können, ja. Und ein Auge auf den Rückspiegel haben, ja. Und da dann sehen, okay, hinter uns eine Patrouille, die Wurzel, ich, nebenbei irgendwie Boss-Mechaniken rausbringen. Äh, Verderbnis aktivieren. Sonn- und Mondfeuer drauf. Katzen-Gestalt. Gruppe toppen. Also, das ist nochmal so ein richtiger Unterschied. Also, ich finde, seitdem wir diese, diese, ich sag mal, neueren Mechaniken haben im WoW, im MMO-Alltag. Seitdem haben einige Heiler nochmal mega aufgedreht. Deswegen sind die anderen nicht schlechter, ja. Und suchen vielleicht auch gar nicht diese Herausforderungen und so. Muss ja auch gar nicht sein. Wer einfach nur heilen will, der kann ja auch einfach nur weiter heilen. Deswegen ist man in meinen Augen jetzt nicht schlechter oder zu irgendwas genötigt oder so. Aber die, die komplett aufdrehen wollen und quasi nicht nur einfach heilen möchten, die können ja so endlos eskalieren und so viel nochmal aus der Klasse, aus dem Speck rausholen. Das ist ja wirklich jenseits von gut und böse. Und das finde ich halt auch nochmal sehr, sehr enorm, was das angeht, ja. Was ist mit mir? Wir haben gerade nochmal über deinen Replay und deine generelle Krassheit geredet, Pilgol. Alles cool, war rein positiv. Und das finde ich sehr, sehr enorm und das macht natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, das dann quasi zu beobachten, wie sich diese Rolle quasi weiterentwickelt hat und wie krass wirklich manche Leute, eben nicht alle, aber manche Leute damit komplett abgehen können, ja. Und das sage ich ja auch immer wieder und ich glaube, das verstehen nicht wirklich alle, aber die, die es gesehen haben mal, die verstehen das, wenn ich in den Replays ja immer sage, Leute, es gibt Dudu-Heiler und es gibt einfach Dudu-Heiler, ja. Und das ist so ein Satz, wo viele sagen wahr und viele sagen genau. Weil das ist so ein Unterschied nochmal. Das kannst du ja manchmal gar nicht aussenken, bei allen jetzt, ja. Gibt es auch bei den Mönchen, gibt es auch bei den DDs, ja. Also wenn ich mir da einen von den Pellys angucke, jetzt unseren guten Mr. More Game zum Beispiel, der Pally spielt so, da gab es WoW noch nicht mal in der Alpha, ja. Der atmet einfach den Paladin völlig anders, als ich den dann mal in einem Twinkie-BG spiele und so. Wo ich mich dann gefreut habe, vielleicht habt ihr die Runde ja auch gesehen, war eine Live-Runde von mir dann an der Stelle, wo ich mich gefreut habe, dass ich im Arati-Becken mit meinem Pally DD-Twink eben 2 gegen 1 gewonnen habe. Ja, mit Bubble, mit Flügeln, Hammer des Zorns, junge, zornige Vergeltung, Selfie, Out of Sight und so weiter und so fort. Wo die Pally-Mains sagen, ja, Bruder, und jetzt 1 gegen 5, oder verpiss ich? Und das sind dann so die Unterschiede und das liebe ich halt immer wieder zu beobachten. Das liebe ich dann auch, in unseren eigenen Replays zu sehen, ja, wenn wirklich Leute so abgehen, dass sie auch selber quasi dann nochmal rückwirkend analysieren muss und für mich zurechtreiben muss, was da eigentlich gerade passiert ist, ja. Was ich da gerade gesehen habe, das habe ich dann gerade in den 19er, 20er aufwärts, in-Time-Kiesachen, habe ich so viele Situationen, wo ich denke, hä, das können die, ja, was machen die da? Und das ist halt super, weil das auch zeigt, wie viel du aus WoW, aus dem Gegebenen eben rausholen kannst, ja. Und das ist halt mega, mega nice einfach. Ich habe eine Chinesin kennengelernt, die heftig ist. Ich kann kein Englisch und sie kann kein Deutsch. Trotzdem versuchen wir zu kommunizieren. Irgendwie ist das spannend. Ja, einfach mit so Affenlauten am besten, ne. Und dann kommt man ja auch zurecht. So hat ja früher geklappt in der Steinzeit. Klappt jetzt bestimmt auch. Ja, vor allem gibt es ja auch Spieler, die generell erfahren sind. Ja, auch mit mehreren Klassen, die dann aber main-technisch vielleicht auch gewechselt haben. Dann gibt es ja über neue Addons auch jetzt mit Shadowlands immer so einen kleinen, ich sage mal, Neustart, so einen Kaltstart, wo alle sich erstmal umgewöhnen müssen. Also klar, umso länger du dich über Jahre mit einer Klasse beschäftigst, umso besser kommst du auch mit allem klar, was irgendwie darauf einwirkt, ja. Ich merke das ja bei mir selber, bei meinem Todesritter zum Beispiel, versuche ich mir überhaupt keine Guides oder so anzugucken. Da will ich möglichst wenig Einfluss von anderen haben auf das, was ich tue, weil ich mir selber zusammenreimen möchte, so was ich da eben jetzt spiele, skille, mache, was für mich selber funktioniert, ja. So, und das ist ja so ein Schritt, den, glaube ich, nicht mal alle bei ihrem Main gehen, den ich für mich selber eben besser finde, ja. Aber das ist so eine Sache, wo ich eben auch feststelle, ja, Main ist eben nochmal was anderes, ja. Und da ist man vielleicht allein, weil man sich so auf diese Art und Weise mit seiner Klasse beschäftigt, ist man einfach ein Stück weit krasser unterwegs, in welcher Hinsicht auch immer, was eben das generelle Spielen eben genau angeht. Ja, und da bist du auf einem ganz anderen Verständnislevel. Und auch wenn dann eine Änderung kommt, irgendeine Fähigkeit rausfliegt, eine neue reinkommt, dann kannst du die eben sofort einordnen gedanklich, ja, wann die nützlich ist, wo du die benutzt, ob die vielleicht schon mal da war, ja. In Shadowlands haben wir ja auch Fähigkeiten, die einfach recycelt sind, die wir früher schon hatten und so. Und klar, das ist ein ganz anderes Erfahrungslevel. In der Hinsicht würde ich dir absolut recht geben, aber nur weil man lange spielt, ist man, glaube ich, nicht automatisch krass, ja. Und sei es nur, weil man ganz oft den Main gewechselt hat oder so. Das Einzige, worauf ich mich jetzt schon für Shadowlands freue, Palabubble, ich bin Wari, der zerschmetternde Wurf, oder wie es heißt, ne. Oh, da bin ich auch gespannt, was es da für tolle Situationen zu sehen gibt. Nur deswegen, ne. Einfach nur deswegen, wie wenn du in Hearthstone oder in irgendeinem Kartengame mit einer Karte spielst, die einen Deckslot belegt, die ein Counter ist für eine ganz bestimmte Spielweise und zehn Runden lang spielt keiner eine Karte aus, für die, die nützlich wäre. Aber dann ist es soweit. Oh, und dann schmeckt das auch doppelt und dreifach süß, dieser Sieg. Absolut. Sind Flügel und zornige Vergeltung nicht dasselbe? Völlig richtig. Ich hatte natürlich Vision der Perfektion mit drin, Herr Emeron. Deswegen habe ich das doppelt benannt und die sind dann nochmal direkt geprockt, ne. Klare Sache. Dominik, hi. Hast du die MDI-Matches von Massoud gesehen? Nicht alle, leider. Nein, nicht alle. Celia, Monkiel, zieht alle vier Bosse. Das habe ich gesehen. Ja, aus den Pylonen, einfach aus dem Bossraum und die anderen vier Spielen in Endboss ohne hier auf Plus 19 bin ich komplett abgeredet. Das, was natürlich die Jungs von Massoud oder allgemein die Truppenteile vom MDI und so weiter machen oder unsere Top-Giltern an sich, ja, auch was sie beim World First Race und so zeigen, das ist natürlich nochmal ein anderes Level. Ja, also das soll ja auch so sein. Gottes Willen, davon abgesehen, das ist zum Glück ja auch was anderes, als wie wir zum Beispiel unsere Kies spielen. Und da dachte ich auch, so, also mein lieber Herr, wir dachten schon in unserer kleinen Guffeltruppe, wir sind krass, weil wir auch die Spinne vor allem gerne mit in den Endbossraum nehmen, ja. Oder wir sind jetzt krass, ähm, weil, keine Ahnung, wir nehmen mal zwei Ads mit und börsen die mit KR weg, ja. Und die so, ja, halt mal ein Bier. Finde ich enorm, finde ich sehr, sehr enorm. Und genau das ist eben ein Teil von dem, was ich eben auch sagte, ja, wo jemand eben so krass ist, dass er das ganze Spiel und seine Mechaniken quasi hops nimmt, ja. Und sich denkt, guck mal, ihr denkt, ihr könnt eure Klasse, ihr denkt, ihr kennt diesen Dungeon, ich zeige euch was. Und das finde ich eben enorm und freue mich einfach zu sehen, was man wirklich mit diesen Mechaniken, die für viele von uns Standard sind, ja, so Freihafen, Freihafen sind wir gerannt, da war BFA gefühlt nicht mal draußen, sind alle Freihafen rein, kann Mount droppen, alle immer wieder Freihafen rein, so scheißegal, bis heute. Heutzutage, die Leute Freihafen rein, zum Boosten, zum Mount fahren, M plus, whatever, so. Und dann kommt er um die Ecke und guckt dich an und du hast so ein Abzeichen an der Brust, weißt du, 1000 Freihafenruns. Warst du drin. Und er guckt dich an und spuckt dir einfach ins Gesicht. Und finde ich toll. Finde ich toll. So blöd das klingt in diesem Beispiel jetzt, finde ich super, was da dann wirklich gezeigt werden kann und auch rausgeholt werden kann. Little Moon, hallöchen, dein Sub ist weg, bei mir hast du deinen Frotsch noch auf jeden Fall. Als DH ist es zum Glück egal, ob erfahren oder nicht, der Kopf kracht immer gleich auf die Tastatur. Das stimmt, da muss man einmal einfach nur drüber rollen und dann ist man auch schon happy of life. Kell da, hallöchen. Ich habe auch angefangen, mich über China zu informieren. Anscheinend ist es dort üblich, seine Töchter zu verkaufen, um diese zu verheiraten. Andere Länder, andere Bräuche, okay. Kommen sicherlich auch immer drauf an, welche Quellen man entsprechend rezitiert. Aber China ist in vielen Bereichen sehr, sehr speziell, mit verschiedenen auch Kinderpolitikrichtungen und so weiter. Das ist schon durchaus mal eine Recherche wert, möchte ich meinen. Kell da, hallöde, hallöde. Top-Gilden wie Crafts Army. Genau, eigentlich haben wir Masset gekauft, hat nur keiner mitbekommen. Am wenigsten Masset selber. Lul, so sind wir wieder. Ich als Hunter pulle immer irgendwas dazu bei Bosscamp. Ja, Leroy. Junge, einwandfrei. Die wollten das gar nicht, ne? Masset, wir denken jetzt alle, die sind mega, mega krass und dabei wollten die den Pull eigentlich gar nicht so machen. Die haben nur vergessen, dass ab 10 aufwärts eben diese Pylonen da sind. Und auf einmal im Endboss-Raum so, äh, Leute, wir haben die Pylonen vergessen, ne? Eine Kurzschlussreaktion, der Heiler am Wegrennen, der Tank am Pennen, hat die Aggro nicht genommen und der Heiler musste die durch den ganzen Dungeon kiten. So war es vielleicht in Wirklichkeit. Wer weiß, gefährlich, gefährlich, kann das ja immer aus dem Ruder laufen. Doch das liebe ich ja. Dass egal wie oft man in Dungeon rennt, egal wie oft jetzt man diesen Affix schon, ähm, kennengelernt hat oder so, wenn du mal in einer anderen Rolle bist oder pennst oder eben so lange in dem Dungeon unterwegs bist, dass du vergisst jetzt auf irgendwas zu achten, weil es zu sauber läuft oder wie auch immer, ja, ähm, dass es dann immer eskalieren kann. Dass man immer was Neues lernen kann. Ich hab letztens, da war ich wieder mutig, ihr wisst, wie ich zu Castern in BFA stehe, war ich riesen Flöß plus zwölf mit meinem Feuermagier mitbebend. Muss ich nicht sagen, wie viel Spaß ich hatte, oder? Zum Glück als Feuermage, ich hatte auch schon, ich glaube, Klartraum ist das, wo deine Spontansachen schneller abklingen und so als Essenz drin, das war ganz gut, aber da hab ich diesen Dungeon aus ganz neuer Sicht wieder in dem Fall nicht spielen, sondern hassen gelernt. Ja, aber auch das finde ich an sich ganz cool. weniger jetzt in dem Beispiel als vielmehr mit dem generellen Prinzip, dass du immer wieder super viel neu entdecken kannst. Ja, und sag ich jetzt, ich will gar nicht wissen, wie das ist bei jemandem, der nicht irgendwie über 30 Chars auf 120 hat und seit BC aktiv spielt. Das muss ja Wahnsinn sein, wie viel du in WoW wirklich sehen und machen und entdecken kannst. Allein wie geil es sein muss, eine Klasse neu zu entdecken und neu zu lernen. Ja, so die ganzen, weiß ich nicht, Skins zu sehen von Waffen in Legion, Mounds und Co. auch die Rassen entsprechend freizuschalten und so weiter. Ja, und dann neu zu lernen, die Specs kennenzulernen. Das muss ja so geil sein. Holy fuck. Manchmal würde ich echt gern so mein Gedächtnis löschen, was sowas angeht und im selben Atemzug einfach überhaupt nicht, weil es mich so abfacken würde. Ich denke mir die ganze Zeit, wieso da keine Blood Voids spawnen. Ich bin die Woche sowas von kaputt gegangen an den 7,15er plus Toll Nagor als Tank. Tank Allah, das glaube ich aber gerne. Toll Nagor mit Blutig, da gibt es auch auf jeden Fall schönere Sachen. Definitiv. Zum Beispiel aus dem 10. Stock irgendwie runterspringen aus dem Fenster. Solche M-Plus-Gruppen habe ich auch immer. Also wie von dir beschrieben. Leider gibt es da mehrere von. Das stimmt. Ich pulle immer zu viel beim Dönermann und bereue es am Ende, auch wenn ich alles am Ende vernichtet habe. Ja, wenn die Gedärme rebellieren, dann sieht man so das Leben an sich vorbeiziehen. Sad life. Nee, ich habe gerade das Abo verlängert, aber wurde irgendwie nicht angezeigt. Okay, der heimliche Sub. Vielleicht auch beim nächsten Mal manchmal leckt das ja ein bisschen rum. Oder vielleicht musst du mal generell aktualisieren. Ist ja auch ganz oft, dass Twitch das einfach nicht direkt verarbeitet und dann erst anzeigt. Aber ja, ich sehe ja deinen Frosch. Dankeschön. Danke, danke. Ich habe letzte Woche angefangen und bin ein wenig erschlagen worden. Absolut. Und das ist so eine Sache, die einen am Anfang bestimmt auch ankotzen kann, die man aber genießen sollte. Weil das ist dieses Feeling, wo alle aktiven Spieler immer hinterher trauern. Ja, weil das wird man einfach nie wieder haben. Und klar, merkt man das am Anfang nicht so. Und man will ja am besten alles schon kennen und wissen und erforschen. Ja, aber das ist so das Geilste, an riesigen MMO-Welden so viel zu entdecken und zu sehen und allgemein zu finden. Irgendwelche Höhlen mit Rare Mobs und irgendwelche Reittiere, die droppen können und so. Super geil einfach. Xenon, hallöchen. Hallöchen. Ich weiß, du hast schon Let's Play zu einem Teil. Gibt es eine kleine Chance auf ein Dragon Age-Projekt im Stream? Keldan hat auf jeden Fall Bock. Keldan, mein Lieber, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Sub-Bomb und deinen Support. Das freut mich sehr. Danke, danke. Also für die Nicht-WOW-Projekte haben wir aktuell ja erstmal Mass Effect, was denke ich eine Weile dauert, weil wir eigentlich die Reihe ins Visier genommen haben und gerade beim ersten Teil sind. Danach würde ich es eigentlich so abpassen, dass wir dann das neue Assassin's Creed spielen können. Rocktool, hallöchen. Und dann kann man natürlich gucken, inwieweit man weitermacht mit Assassin's Creed oder vielleicht auch mit Mass Effect. Wobei, wenn ich Andromeda sage, viele Leute plötzlich anfangen zu kotzen. Oder ob man dann sagt, ja, wir nehmen jetzt so ein bisschen Mass Effect die Richtung und gucken uns Dragon Age mal zusammen an. Also, das ist was, was ich auf jeden Fall nicht völlig ausschließen möchte. Aber wir haben aktuell auch erstmal so viel, ich sag mal, in Planung, dass ich auch gleichermaßen keine großen Zukunftspläne eben schmieden möchte. Das lief sehr, sehr gut, liebe Leute. Ich danke euch fürs Mitkommen. Dann würde ich sagen, wir machen zum Abschluss noch auf Ali-Seite eine Runde Fool. Und dann haben wir heute auch ganz gut was geschafft. Das ging ja so was von schnell. Da können wir auch unsere Alis nochmal heute bedienen, dass sie nicht völlig irgendwie hinten dran stehen und heute gar nichts bekommen haben. Ich habe auch immer so Gruppen wie du also so beschrieben, dass sie alles vergessen. Ja, mir passiert das oft auch selber. Wenn es zu glatt läuft und dann wundere ich mich, oh, der Mob ist plötzlich von Anstacheln so verstärkt, als wäre irgendwie der Endboss hier gerade random um die Ecke gekommen. Na, Xenon. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. So, jetzt habe ich so weit hochgescrollt, dass ich gar nicht weiß, ob ich euch alle schon begrüßt habe. Ja, Grüße gehen raus. Doppelgruß an dieser Stelle. Man kennt es. Die Erfahrung mit den neuen Klassen kann ich bestätigen. Habe ewig Hunter gespielt und seit Corinna eine Paladame auf 120 und Monk begonnen. Ist halt nice, ne? Ist halt nice, wenn man zum einen seine Zeit derart nutzen kann und sich dazu beschäftigen weiß. Zum anderen gibt es einfach sehr, sehr viel zu entdecken. Eben auch für alle Spieler, ja. Wie lange planst du mit Mass Effect? Alle drei Teile, weil das neue Assassin's Creed kommt Ende des Jahres. Ja gut, es heißt ja nicht, dass wir dann irgendwie den zweiten Teil pausieren können oder damit fertig sind, ja. Keine Ahnung, wie lange es insgesamt dauert, aber ich denke, das kann man ganz gut kalkulieren. Wir müssen ja jetzt nicht eins, zwei, drei hintereinander durchzimmern ohne Pause, ja. Da können wir ja sagen, okay, der erste Teil, der zweite Teil ist jetzt fertig, Assassin's Creed kommt in einem halben Monat, ist erstmal Pause, only WoW, dann Assassin's Creed und dann den dritten Mass Effect oder so, ja. Also da denke ich, haben wir keine Probleme, uns da irgendwie zu organisieren, was das angeht. Äh, mit was komme ich denn mit? Muss mal gucken, ich weiß gar nicht, mit was ich schon war und mit was nicht. Homelander, Hallöchen, Hallöchen, Fly, you tiefen fool. Genau, Mass Effect Andromeda hat sich richtig gut gemacht, das ist nicht mehr so verbuggt wie vor zwei Jahren. Gebt dem Game ruhig eine Chance, das ist sehr gut. Okay, Dankeschön für dieses Statement dazu. Man hört nämlich echt so gut wie gar nichts Positives eigentlich darüber. Ich werde mit meinem Pally mitkommen, aber ich port mich hier mal raus aus der schönen Säbelzahntiger Höhle. Ähm, generell hat mich bisher noch keine negative Kritik, egal von wo, egal von euch, aus Foren oder so, davon abgebrachten Games zu spielen. Wir haben ja auch Warcraft 3 Reforged zusammen durchgespielt, obwohl das jetzt nicht so unter dem günstigsten Stern stand. Das heißt, sollte ich nach dem dritten Teil auch noch Bock verspüren, dann wird sich das bestimmt auch angesehen. Ähm, das größte Problem wird aber, denke ich, sein Problem, in Anführungsstrichen, ja, überhaupt zum dritten Teil Mass Effect zu kommen, weil je nachdem, wie lang man spielt, wie viel man macht, ich bin dann ja jemand, der auch gerne stehen bleibt, ja, ähm, und auch irgendwie sowas labert und je nachdem, ähm, keine Ahnung, sind wir vielleicht auch erst Ende des Jahres mit 1 durch. So lange dauert es vermutlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Mal gucken. Wir werden das auf jeden Fall wie immer sehr transparent besprechen und behandeln und abstimmen und, äh, machen uns dann schon irgendwie einen Plan. Mass Effect habe ich brutal vielleicht sogar 40 Stunden außer Andromeda gebraucht und ich habe jeden Mist mitgenommen, ja, siehst du, da sind wir nämlich wieder, wie man unterschiedlich in solchen Games natürlich agieren kann, ja, dann irgendwie Missionen, äh, mit den Begleitern noch machen und mit dem Squad und der Truppe und hin und her, ja. Andromeda schwierig, also bei dem Cringe das Game ich manchmal weg, aber mach, aber mach, kann ja trotzdem witzig sein, gerade wenn wir es uns zusammen angucken, ja, ich scheue ja dann auch nicht davor zurück, mich über Sachen im Zweifel zwar lustig zu machen, wenn es gegeben ist, also, wir werden sehen, wir werden sehen, ist ja ganz große Zukunftsmusiknamen. Für dein Paket hatte ich kein Paket oder vor dem Paketshop steht, dass man es auch in den Laden beschriften kann, also ich rein, wollte das machen, sie, nein, wir können das nicht aus Datenschutzgründen, bitte vor der Tür, ich dann, könnt ihr dann wenigstens einen Kugelschreiber dafür haben, nein, das geht ebenfalls aus Datenschutz nicht, ach so, wegen Datenschutz darf man keinen Kugelschreiber, ist das echt so, höre ich gerade zum ersten Mal, ah ja, ich also erstmal in einen kleinen Laden eingeholt und dann vor der Paketstation beschriftet, was zum Teufel, was zum Teufel, man darf nicht mal einen Kugelschreiber bekommen, muss ich ja jetzt immer einen Kugelschreiber mitnehmen, oder was, holy fuck, okay, hatte ich so ja auch noch nicht, wenn der Datenschutz zu weit geht, Leute, das ist dann eine dieser Geschichten, habe ich seit einiger Zeit Blut geleckt mit Melee's, ich mag meine Paladose echt gerne, zimmert schön rein, absolut, absolut, gut, vorne, letzte Runde für heute, Ali-Seite, Gruppe-Lol, einmal Tiefenfuhl, Mountrun, wer mitkommen möchte, bisschen Gier mitbringen, Server übergreifen und dann Attacke, der Kurugelschreiber, man kennt ihn, ich glaube, die war einfach durch, ja, irgendwann hast du vielleicht auch einfach gar keinen Bock mehr, wir weiß, wie viele Kugelschreiber, der auch heute schon geklaut wurden und dann dachte sie sich, ne, nicht noch einer, 100 sind genug, da ist meine persönliche Grenze, ah, schön ist das nicht, schön ist das nicht, ja, was willst du machen, Hi-Express, hallöchen, an dem Kugelschreiber ist dann deine DNA dran, was meinst du, was das für eine Datenmenge ist oder willst du, dass der Paketshop einfach einen Klon von dir macht, oh, was ist denn das hier, Allianz-Paradies oder was, holy fuck, holy fuck, alter Schattes, ein kleines Dankeschön für den besten Streamer, Bruder, der uns immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert, bleib so wie du bist und bleib gesund, alles Liebe von Lyraka und Lyranja, oh, D, Schattes, völlig am durchdrehen, hier haut den Hunni raus, einfach so vom ID-Reset, seid ihr völlig wahnsinnig und ich guck hier so, denke, das ist ja das Ali-Utopia mit allen Rollen und Schattes denkt sich, Bruder, ich hau rein mit den sweetesten Worten, mit der fetten Donation, vielen, vielen Dank für diese krasse Unterstützung, vielen, vielen Dank für diese lieben Worte, das freut mich sehr, das unterstützt mich sehr in dem, was ich tue und ja, die Liebe geht raus, ich muss es gar nicht sagen, instinktiv, ja, die Freude, die Liebe ist da, Wahnsinn, vielen, vielen Dank für diese überkrasse, mega nice Geste, weiß ich sehr zu schätzen, danke, danke. Ich komme mit dem Priest mit, wait, ähm, okay, im Sinne von, ach so, Pally hier umloggen auf den Priester, ja, dann haben wir noch einen DD-Slot, wenn ich es richtig gesehen habe, ne, wenn unser Pally jetzt auf den Priester hier geht, unser Dudu tankt, so irgendwie, oder ihr kaspert das unter euch, aber wer was lieber macht, keine Ahnung, ihr konntet ja jetzt alles, nur einen Gruppenslot haben, wir dann quasi, noch frei, die Hunnis im Club, genau, ihr Verrückte, einfach mal, so aus dem Handgelenk geschüttelt hier, crazy, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, ach man, ich komme da doch immer tagelang nicht drauf klar, ihr macht wieder Sachen, Leute, ihr macht wieder Sachen, ihr Verrückte, Dankeschön. Wer Mass Effect 3 mochte, wird Mass Effect Andromeda im Jahr 2020 nach den vielen Updates lieben, das Spiel ist jetzt endlich fertig geworden, was soll ich sagen, es ist fantastisch, weil das ist halt immer schade, wenn ein Game sehr schlechten Start hat, ja, und sich dann super weiterentwickelt, das kennen wir auch von vielen MMOs, auch außerhalb von WoW, im Laufe der Jahre, was daraus geworden ist, wie sich Kritiken verändert haben und so, ja, und wenn man dann eben den Games keine Chance mehr gibt, ich meine, man kann sie immer noch scheiße finden danach, ja, ich meine, man kann vorher ein Game scheiße finden, man kann es noch Updates scheiße finden, so, klar, aber, aber man sollte sich nicht verschließen, wenn sich echt viel verändert hat, nochmal reinzugucken, vielleicht genau deswegen auch interessant dann für uns, weil ich ja sowieso ein ganz anderes Blickfeld habe, als jetzt jahrelange Überfans, Bunkali, sechs Monate, Dankeschön, 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 Leute, wir brauchen hier mal noch ein Ali-DD, wir brauchen mal noch einen DD, der mitkommen möchte für Tiefenfuhl, wascht da los, liebe Allianz, kommt mit, ihr müsst auch keinen Plan haben, ihr braucht nur ein kleines bisschen Gier, und, ich garantiere euch nahezu sogar, dass, wenn ihr den Dungeon zum ersten Mal macht, ihr bestimmt auch direkt das Mount zieht, das passiert nämlich sehr häufig, ich logge ein, okay, warte, ich logge ein, okay, Muri kommt mit mit seinem Ali, Ehre, da kam er extra direkt reingesprintet, hat gehört, Tiefenfuhl Allianz, wird gesucht, bam, da ist er unterwegs, nice one, nice one, nice one, Snooper, dieser Monat ist so voller Liebe hier im Stream, Mann, seid ihr alle toll, oder, kann ich nur zurückgeben, vielen Dank für dein Cheering, danke, danke, so, wann ist denn Muri online, hör mal, wo ist er denn, wo ist er denn, habe ich Muri eigentlich in der YouTube Gruppe, oder habe ich Muri in der Raid Gruppe, oder in beiden, weiß es voll nicht, ne, da ist er, okay, er muss erst mal Retail installieren, die alte Classic Mutti, wobei, ich habe ja fleißig gelurkt, mein Guter, ich habe ja fleißig gelurkt bei dir und Ari, und muss sagen, es ist sehr, sehr traurig, weil du hier null Aufmerksamkeit gegeben hast, in dem Moment, weil du im Chat warst, oder sehr konzentriert, irgendwie, die Damage-Prioliste abgefertigt hast, da war ich kurz immer sehr, sehr sad, aber, ja, sehr schön, der Muri in WoW, am Start, mit seinem Vulperer Schorken hier, sehr gute Sache, da können wir dann auch gleich entsprechend skippen, und der Korb mit dem Pally, habe ich vorhin extra angekündigt, ne, Muri, haben wir schon, haben wir schon von gesprochen, von deinen, ähm, Pally-Eskapaden, nur was, mein Beispiel für Leute, die schon eine Klasse mainen, quasi bevor es diese Klasse gab, ja, und jetzt kommt er sogar mit, mit dem Pally, ist zwar sein Ali in dem Fall, aber, wird uns, denke ich, ganz gute Dienste leisten, und, werde ich bestimmt mit dem DPS abziehen, mit meinen fetten, 417, Allah, und mit meinen fetten Fingern, meinst du, Aion-Crab, natürlich meine ich Aion-Emeron, das ist ja Thema Nummer 1, bei uns auch immer, absolut, jetzt kommt es wieder, es melden sich 5 DDS gleichzeitig, ja, das ist immer die Situation, deswegen habe ich auch schnell abgemeldet, dass wir das dann gar nicht so, sehen müssen, es ist, es ist halt schwierig, das zu managen, ja, ich kann da auch alle irgendwie voll verstehen, und da jede Situation nachvollziehen, dass man dann auch mal irgendwie die Schnauze feuert, wenn man sich seit Wochen angemeldet hat, und hier hat man einen Platz bekommen, und dann meldet sich auf einmal keiner mehr an, so, ja, was soll die Scheiße, und, ach, welche Jokes, na, einer war zum Beispiel, ähm, da hast du gerade irgendwas erklärt, du bist auf eine Chatphase eingegangen, und ich weiß nicht mehr, welches Thema es genau war, aber du hast dann so, hin und her eben irgendwas erklärt, und meines Jahr, das ist so ein hin und her, so ein Wischi Waschi, so ein Doppelgemoppel, und Ari meinte dann im Hintergrund, er ist ja wie wir, Doppelmoppel, so, und Fanny war übertrieben nicer Joke in dem Moment, und du hast einfach überhaupt nicht reagiert, und da ist irgendwie was in mir gestorben, so, ah, ah, das war, so ein Beispiel in dem Fall, war etwas zu spät, ich bin mit meinem Holy Parler DD mitgekommen, ja, vielleicht beim nächsten Mal, da freuen wir uns sehr auf den Holy Parler DD, die Klasse Main, bevor sie es gab, wie geht das, das weiß ich nicht, das weiß niemand, das wissen vermutlich die Leute, die sie spielen, dann nicht mal selber, Hallöchen Leute, Hallöchen Gesius, Kraft, ein Tiefenfuhl, Mount Rob, hat gutes Karma in die Welt hinausgetragen, aber gestern und heute, zwei Job zu sagen, zwei gleich, nach meinem Studium bekommen, musste mich entscheiden, Luxusproblem, durchaus eine gute Woche, hoffe euch allen geht's gut, dann erstmal Glückwunsch dazu, das ist ja eine Sache, die jetzt nicht selbstverständlich ist, also ich kenne das zumindest nicht so, vielleicht sind ja hier einige mit so krassem Bildungsstand und elitärem Vermögen in jeglicher Hinsicht, dass sie ständig in Jobangeboten schwimmen, aber dann ist ja erstmal eine Anseil, Glückwunsch dazu, dann drück ich dir die Daumen, dass du die richtige Entscheidung triffst, beziehungsweise getroffen hast, und es da weiter bergauf geht, so kann das losgehen hier vor kurz, vor kurz, was, kurz vorm ID Reset, siehste, du kriegst zwei Jobs, und meine beiden letzten Hörnzelnen sterben, da haben wir wieder die zwei überall vertreten, Kennst du Leute in der Schule, die nie mit einem reden, nur wenn ihren Freunden, nee, nur mit ihren Freunden, und aussehen, als würden sie jemanden gleich töten? Äh, nee, wobei ich mich im selben Atem zufrage, natürlich, wenn ich das nicht kenne, war ich vielleicht diese Person, die du beschreibst? Nee, kenne ich tatsächlich nicht, aber klingt jetzt auch gar nicht mal so geil, deswegen finde ich es auch gar nicht so schade, aber ja, in der Schule treffen, wie so oft im wirklichen Leben, das wirkliche Leben, ekelhaft, ganz viele unterschiedliche Menschen und Gruppen aufeinander, und da passieren natürlich auch die illustristen, seltsamsten Sachen. Ihr wollt ja letztens in Terra reinschauen, und dann deinen Twitter-Post gesehen, und sofort wieder WoW gestartet, ja, das ist dieses Anti-Influenzen, was ich dann gern betreibe, Emron, aber so ein schönes Häschen, oder, äh, so ein schönes Frettchen, damit ein bisschen abgehen, da sehe ich dich aber schon, Emron, auf jeden Fall, vielleicht ist es ja nur, eine verzögerte, eine verzögerte Reaktion. Liebes Tank-Wärchen, du räumst aber sehr, sehr ausführlich hier auf, hör mal, gucke, sehr, sehr schön hier, Mensch, das ist ja, ein richtiges, sauber und reine Machen, die brauchen wir gar nicht, wir können da weitergehen, lieber Bär, ein bisschen Blut rauscht, er möchte hier nichts überspringen, er möchte alles kaputt schlagen, das ist auch voll okay. Thais, Hallöchen, I Like Turtles hat die Mechagnome bekommen, ja, GZ auf jeden Fall, noch 48 Level, und mein Mechagnome kann bei den Runs mit, oh Gott, Kloas Mechagnome, ja, ich habe den gesehen auf Twitter, und war so schockiert, ich weiß nicht mal, äh, ob ich das Bild liken konnte in dem Moment, so schockiert war ich, me sorry, ja, ist ja überhaupt kein Problem, ich kenne das, ich kenne das als Tank sehr, sehr gut, dass man einfach dem Tod und dem Blutdors nachgeben möchte, da muss sie auch hin und wieder gezügelt werden, das ist bekannt. Da habe ich krassen Bildungsstand gehört, ich wusste immerhin, dass es, was für ein Ding, hm, so ein Sack hieß, genau, und jetzt auch noch verschissen, die eine Sache, die eine Sache, und dann auch noch gefettfingert, ja, das ist der Lifestyle, auch den fühle und teile ich definitiv, Zucker, Watten, Einhorn, Pony, Mälinchen, Hallöchen, 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 ich liebe es einfach, wie du redest, das finde ich sehr, sehr gut, dann habe ich nämlich einfaches Spiel, was sie ohne Haltung in dieser Richtung angeht, das finde ich super, wenn ich mein Foto auf dem Perso anschaue, sehe ich auch aus, wie ein Menschenschmuggler aus Serbien, oder aus Serbien auch noch direkt, okay, ich glaube auf unseren Perso-Fotos, vor allem seitdem es dieses, wie heißt das, biometrische, seitdem es diese Richtlinien da gibt, ne, dass man so und so gucken muss, und die und die Richtung, da sehen wir glaube ich alle aus, wie irgendwelche Menschenschmuggler, oder, also ich kenne niemanden, der sagt, guck mal mein geiles Perso-Bild, also viel mehr werden die ja unter Verschluss gehalten, wie sonst was, die sind ja in den Portemonnaies teilweise besser versteckt, als die großen Geldscheine, ja, wobei wir jetzt natürlich fragen, was für große Geldscheine, meint er Zehner, Allah, was ist da los, Mann, was ist da los, hast du mal SW-Tor gezockt, ne, sehr viel gesehen, weil viele Freunde da sehr aktiv waren, und auch viele aus unserer Gilde, das gestreamt haben, da waren auch sehr coole Sachen mit dabei, aber da ich überhaupt kein großer Star Wars-Fan bin, hat mich halt das überhaupt gar nicht getriggert, ja, und auch diese ganze Weltraum-Thematik, ist weniger meins, und dementsprechend habe ich mir zwar ein paar Streams, von Bekannten und Freunden angesehen, aber mehr habe ich da nicht gemacht, hat sehr, sehr nices Gebrüll hier von unserem Dudu, hör mal, das, was er eben aus Versehen an Zeit quasi verloren hat, das hat er jetzt hier wieder reingeholt, ne, mit sehr, sehr nice Impuls und Wegen, habe auf dem Ali leider keinen Umhang, und keinen Trade für den Hals, ja, noses Feeling, das habe ich nicht mal bei meinem ganzen Hortland fertig, also bei meinen Ali's, ich überlege gerade, bei meinem, bei meinem DK und meinen Monk habe ich es, glaube ich, aber auch, also super low, ja, die Leute, da kann ich echt nur meinen Hut ziehen, die irgendwie mit mehreren Twinks hier den Umhang holen, und upgraden, und, boah, da habe ich schon gar keinen Bock, mir das überhaupt vorzustellen, ja, überhaupt gar keine Lust, echt, habe wegen Schule eh zur Zeit wieder Angst, Zustände, bin paranoid, wie sonst war es einfach nur absolut fertig, ja, Gurken Hero, es ist halt auch ne, ich sag mal, aufregende Zeit momentan, ja, und ich denke, es ist natürlich ne absolute Scheißsituation, hoffe, dass das bei dir bald besser wird, aber, ähm, da bist du auf jeden Fall nicht allein mit, mit dieser Scheiße, ja, und da müssen wir alle gemeinsam drinsteckend irgendwie wieder rauskommen, deswegen, einfach erstmal weitermachen, ja, erstmal Kopf durch die Wand und Attacke, und ich drücke dir die Daumen, dass du das zeitnah wieder im Griff hast, dass sich das richtig einpegelt, es ist einfach wirklich ne große Scheiße momentan, ja, für jeden anders, für den einen mehr, für den anderen weniger, und hoffe, kriegst du das alles entsprechend hin, auf jeden Fall. Ich feiere ja die Jubiläufe, für die Nivellierkunst in Legion, erstmal den Stein freikloppen, und dann hat man die Vorlage, macht schon Spaß, und bringt ein kleines Taschengeld, absolut, also ich find's allgemein schön, äh, zu lesen, auch auf Twitter, oder in den Kommentaren, oder hier jetzt bei uns, ja, ähm, wie viele Leute aktuell, halt Spaß haben mit Sachen, die sie aufholen, oder mit Sachen, für die sie bisher eben, emplos, raid, sonst was, Alter, keine Zeit, keine Lust hatten, und so, ja, da kann man echt viele interessante Dinge entdecken, definitiv, und macht auch durchaus Spaß, solche, ähm, Sachen zu lesen, ja, und vielleicht selber dann Inspiration zu holen, und vielleicht auch irgendwas davon, naja, zu machen eben, so, Leute, Ali Mountrop, oder was, zeig mal her hier, zeig mal her den Loot, ne Weste, ne Schlüsselstein, das war's, ne Weste, ne, oder, da hat er, Muri, er lootet der Absicht nicht 300 Stunden, mit seiner, miesen Classic Waffe, zeig Classic Gear, alla, tschö mit ö, ja, dankeschön, fürs Mitkommen, danke fürs Dabeisein, ein sehr sauberer Run, auf jeden Fall, und ein schöner, schöner Abschluss, ich zocke seit Jahren, in einem sehr bequemen, eingesessenen, stinkigen Sessel, und es ist absolut geil, kann ich nur weiterempfehlen, bräuchte aber mal einen neuen, ähm, natürlich trotzdem Werbung, bei Markennennung, die X-Racer, ist eine Stuhlmarke, die so unglaublich geil ist, dass ich sie echt nur als Offenbarung, für den Arsch bezeichnen kann, warum habe ich eigentlich keinen Werbevertrag, mit denen, deswegen kann ich dir die empfehlen, ist zwar jetzt nichts für den kleinen Geldbeutel, aber gerade wenn Amazon mal ein Angebot hat, oder die irgendwelche Aktion, also es gibt viele solche Stühle, gibt bestimmt auch ähnliche Marken, die ähnlich gut sind, aber die X-Racer, ja, muss ich echt sagen, wer seinem Arsch was Gutes tun will, und wer bei Hardware und Equipment, auch durchaus den Stuhl mit einberechnet, also, das ist echt der angenehmste Stuhl, den ich bisher hatte, und ihr wisst, ich zocke schon eine ganze Weile, und mein Arsch muss, das muss viel mitmachen, ja, ich habe auch mal im Knast gezockt, mit Rocktool, jetzt ist es raus, ja, und da kann ich echt die DX-Racer-Dinger, die solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, und wer da, äh, demnächst mal ein Upgrade holen möchte, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen, ja, bevor ich jetzt, äh, irgendwie, irgendwie, mich weiter in seltsame Aussagen verstricke, sind wir glücklicherweise am Ende des heutigen Streams, die X-Racer hat schon Stühle geschickt, an deutlich kleinere Kanäle, echt? Äh, ich, ich tue mich immer schwer so mit Annerven, ne, einfach schreiben, hey, Leute, gib Stuhl und zeig Fuß, bitte, ja, war nice, vielleicht sollte ich das einfach mal machen, ähm, mal gucken, mal gucken, dann verlose ich meinen durchgesessenen stinkenden Stuhl, da könnt ihr den haben, ne, dann kriegt ihr meinen Stinkestuhl und könnt euren Stinkestuhl ersetzen, supergeil, ja, das sind natürlich die Pläne, Lausbub, ich hab's mir aufgeschrieben, ich werde morgen auf jeden Fall mal reinschauen, und mir das ansehen, und sollen wir für dich anschreiben, ne, das finde ich noch unangenehmer, das finde ich auch unangenehmer, ähm, ihr hatte neulich auch Informationen bekommen, von diversen, äh, ich sag mal, Blizzard-Leuten, die nochmal drauf verwiesen haben, dass sie eben keine Alpha-Keys geben können, und das haben sie eben an alle Creator gerichtet, weil wohl einige Community-Mitglieder, diverse Blizzard- und Ex-Blizzard-Mitarbeiter auf Twitter angeschrieben haben, warum Streamer XY kein Key hat, und so weiter, und ich hoffe einfach, dass von euch da keiner mit dabei ist, weil das ist so das unangenehmste, was passieren kann, wenn in deinem Namen, quasi Mitarbeiter belästigt werden, für etwas, was sie sowieso gar nicht geben können, also das an sich schon, und dann das noch oben drauf, hoffe, das macht keiner von euch, auch wenn das lieb meint, so, wichtiges Statement noch am Ende gedroppt, oder? Oha, gib Stuhl und zeig Fuß, klingt sehr komisch, aber man muss ja mit der Zeit gehen, man muss ja modern sein, in dieser Richtung, auf jeden Fall, ich habe direkt im Discord den Community-Manager geschrieben, wieso du keinen hast, ja, Mugi, danke, also sollte jemand mit solchen Gedanken spielen, mach das bitte nicht, das hat keinen Effekt, der irgendwie sinnig wäre, für irgendwen, aber ich gehe sowieso stark davon aus, dass das bei uns nicht der Fall war, weil wir ja alles hyperintelligente, Superindividuen sind, so, das war es an der Stelle von mir, ich bedanke mich bei euch, für einen wunderschönen Stream, für einen wunderschönen ID-Abschluss, vielen, vielen Dank auch nochmal, für euren krassen Support hier heute, was Subs und Bomben und Shears und Donations vor allem auch angeht, ihr Verrückten, vielen, vielen Dank für euren Top Support, morgen ist wie gesagt ein Tag, wo ich viel mit der Steuer machen muss, das muss ich tatsächlich so ab und zu im Jahr, kotzt mich auch an, deswegen kann es sein, dass wir morgen mit ein paar Verschiebungen zu rechnen haben, sollte das so sein, gebe ich euch aber auf Twitter Bescheid, ansonsten wie immer, ihr wisst es täglich, ca. 16 Uhr live und auf YouTube um 0 Uhr zwei neue Videos. Das war es von mir, vielen, vielen Dank und ja, Daumen sind gedrückt, bleibt gesund und natürlich auch für geilen Loot in euren Kissen morgen. Haut rein, schönen Abend noch und Tschüss.